Ich bin Antifaschistin, weil ich mich für eine Welt einsetze und eine Welt leben möchte, die möglichst dezentral und unhierarchisch funktioniert, in der alle Menschen das tun können, was sie am liebsten tun und am besten können. Ich bin Feministin, weil ich über meinen Körper selber bestimmen will. Ich bin Feministin und Antifaschistin, weil ich keinen Bock mehr habe auf Patriarchat und Maggertum, sondern lieber in einer Welt leben will, in der jede nach ihren Bedürfnissen und jede nach ihren Fähigkeiten mit anderen sein kann. Wir sind Seenotretterinnen, weil Menschen gerettet werden müssen, wo sie gerettet werden können. Das Recht auf Leben ist nicht verhandelbar. Ich bin Feministin, ich bin Feministin, ich bin Feministin. Ich bin Feministin, ich bin Feministin, ich bin Feministin. Hallo, ich bin Antifaschistin, weil der Faschismus weltweit über den Weltkrieg und wir müssen das jetzt kämpfen. Hallo. Ich bin Anarzt, ich bin Antifaschistin und ein Hacker-Anarzt. Ich bin Feministin, ich bin die Wir sind alle die Abusten. Wir sind alle Abusten. Wir sind alle Abusten. Wir sind alle Abusten. Wir sind alle Abusten. und vielen Dank an diese Bühne, die mir die Gelegenheit lässt, hier was über Physik zu erzählen. Die, die mich kennen, die wissen, das mache ich wahnsinnig gerne. Und heute ganz besonders gerne, weil ich euch was erzählen möchte über, wie ich finde, das spannendste Thema, das die Kosmologie, die Astronomie überhaupt zu bieten hat. Und zwar ein Thema, das uns so knallhart an die Grenze des physikalisch Erklärbaren und des Möglichen bringt. Ich höre da so ein Echo, das geht so eine Sekunde später, das ist total nervig. Können wir das irgendwie abstellen? Geht das? Ne? Gut, dann probieren wir es so, muss ich mich konzentrieren. Es geht um schwarze Löcher. Schwarze Löcher, ja, da kann man als erstes mal fragen, was ist denn das? Wie kommt man auf die Idee, dass es so etwas geben könnte? Da reisen wir zurück in der Zeit bis ins Jahr 1783. Das glaubt man immer gar nicht, schwarze Löcher, da denkt man ja, das ist moderner Kram irgendwie, das ist, mal mindestens hat das was mit Einstein zu tun oder so, das stimmt gar nicht. Die Idee des dunklen oder des schwarzen Sterns gibt es seit 1783. Der John Michel, ein niederländischer Astronom und Wissenschaftler, der hat auf Basis der Newton'schen Mechanik, der war ja kurz vorher, Ende des 17. Jahrhunderts, hat Newton seine Newton'sche Mechanik entwickelt, die wurde dann auch im 18. Jahrhundert weiterentwickelt. Da hat er ja bereits Zusammenhänge beschrieben, wie Masse sich gegenseitig anzieht und daraus ließ sich ableiten, das hat der John Michel getan, dass hier irgendwie es also eine Masse und damit eine Gravitation geben muss, die rein nach Newton'schen Gesetzen schon dazu führt, dass das Licht, von dem man zu dem Zeitpunkt ja dank Ole Römer schon wusste, dass es auch eine endliche Geschwindigkeit hat, dass also auch das Licht diesen Stern würde nicht mehr verlassen können. Und das nannte er dann dunkle Sterne. Laplace hat kurz später auch diese Vermutung geäußert und damit war diese Idee der schwarzen Löcher oder der dunklen Sterne, wie sie damals noch hießen, eigentlich in der Welt. Und die wurde dann weiterentwickelt mit Albert Einsteins Relativitätstheorie, insbesondere die allgemeine Relativitätstheorie. Wer meinen Vortrag von letztem Jahr gesehen hat, der hat so ein bisschen eine Idee, worum es hier geht, nämlich, dass Masse die Raumzeit verbiegt. Das ist im Wesentlichen der Kern der speziellen Relativitätstheorie. Masse verbiegt die Raumzeit in einer Art und Weise, dass sich Massen gegenseitig anziehen. Das hat er also nicht beschrieben in Form einer Kraft, die hier jetzt wirkt aufeinander, so wie das Newton getan hat. Newton ging davon aus, dass also die Anziehung zwischen zwei Massen, die ist omnipräsent und immer existent und insbesondere unendlich schnell. Einstein hat beschrieben, dass das irgendwie nicht sein kann, hat eine Mathematik dazu entwickelt, die das besser erklärt und hat insbesondere aus der Absolutheit der Lichtgeschwindigkeit und noch einiger anderer Faktoren abgeleitet, dass also hier die Raumzeit verbogen wird. Und daraus hat dann ganz kurz später, also wir sind jetzt im Jahr 1915, Albert Einstein also gerade seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht und ganz kurz später hat ein Herr Schwarzschild, ein Mathematiker eigentlich hauptsächlich, seine Schwarzschildmetrik veröffentlicht, 1916 ungefähr. Die Schwarzschildmetrik war eigentlich eine Lösung, eine mögliche Lösung der Einsteinchen allgemeinen Relativitätstheoriegleichungen für eine punktförmige Masse. Ja, also Mathematiker machen das ja gerne, sie optimieren so, indem sie sagen, naja, wir vereinen mal alle Masse an einem Punkt und gucken mal, wie sich das so ausbreitet, dann mit dieser Raumkrümmung und hat dann also festgestellt, dass es für jede Masse einen Radius gibt, dass wenn man diese Masse auf einen kleineren Raum bringt als diesen Radius, dann muss die Gravitation, also die Raumkrümmung, die daraus entsteht, rund um dieses Objekt so stark sein, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr ausreicht, um dieses Objekt zu verlassen. Das heißt, der Raum ist quasi so in sich gekrümmt, dass das Licht jetzt also genau an dieser Grenze quasi immer im Kreis um dieses Objekt herumkreist und nicht mehr schnell genug ist, um sozusagen dieses Objekt verlassen zu können. Das wurde dann später der Schwarzschildradius genannt und das ist erstmal eine ganz allgemeine Feststellung. Also damit hat auch weder Einstein noch Schwarzschild oder irgendjemand hat angenommen, dass es solche Objekte geben könnte. Das war also völlig absurd, weil, naja, so etwas wie eine unendlich kleine Masse. Ja, also Masse auf unendlich kleinem Raum, das ist Quatsch. Ja, das war völlig klar. Das kann überhaupt nicht sein. Irgendwas wird es schon bremsen, wenn man es komprimiert. Aber es war eine rein theoretische Überlegung. Also wenn ich jetzt eine Masse von der Erde zum Beispiel so weit komprimiere, dass sie auf etwas unter einem Zentimeter zusammengepresst wäre, dann würde sozusagen Licht diesen Bereich nicht mehr verlassen können. Und damit wäre der logisch, wenn da kein Licht von mehr ausgeht, dann ist der Schwarz. So, das Begriff des schwarzen Loches war da noch nicht geprägt, aber die Idee, dass es vielleicht ja so etwas irgendwie Absurdes geben könnte und wenn nicht, dann will man auf jeden Fall mal erforschen, ob es da irgendwo eine Grenze gibt. Was ist eigentlich das Kleinste? Und das ist ja eine abgefahrene Frage, die sich ein Physiker stellen kann. Die Physiker beschäftigen sich ja immer mit so auch theoretischen Fragen sehr gerne. Die Frage, kann es etwas Allerkleinstes geben? Und da möchte ich ganz kurz ein bisschen ausholen auf die Frage, ja, wie ist es denn? Gibt es was Allerkleinstes? Gibt es irgendwie eine Grenze und kleiner geht es nicht? Und genau auf die Frage lässt sich tatsächlich mit den Erkenntnissen von zwei Menschen, nämlich dem Herrn Schwarzschild und dem Herrn Heisenberg, auch eine Antwort geben. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, wieder in die Quantenphysik auch, weil ihr habt ja vielleicht schon mal gehört dafür, es gibt so ein großes Dilemma, so ein Problem, ja. Da gibt es eine Theorie, die allgemeine Relativitätstheorie, die funktioniert wahnsinnig gut für die ganzen großen Objekte, für große Dinge, ja, fürs Universum, ja, für Sterne, für Galaxien, wie sie kreisen und so weiter. Da macht die hervorragende Vorhersagen. Und dann gibt es eine andere Theorie, nämlich die Quantenmechanik oder die Quantenchromodynamik, die macht bombastisch gute Vorhersagen für die allerkleinsten Dinge, auch wenn wir sie noch nicht so wirklich verstanden haben. Die Vorhersagen, die daraus entstehen, die sind immens gut. Und das Problem ist, diese beiden Theorien sind völlig unvereinbar. Es gibt bisher keine vernünftige Vereinigung dieser beiden Theorien, also eine Quantenmechanik der Gravitation existiert nicht. Danach suchen alle theoretischen Physiker, Mathematiker und Physiker mit allergrößter Kraft, weil das ist natürlich im Prinzip der heilige Gral davon, das Universum. Und wie funktioniert das Universum tatsächlich mal vollständig zu beschreiben? Da gibt es ein paar Ansätze, aber die sind alle bisher zumindest nicht gut genug. Und wenn sie mathematisch gut genug sind, dann lassen sie sich aber bisher noch nicht beweisen oder widerlegen. Also wir haben keine Anhaltspunkte. Wir können nur sagen, naja, in der Richtung sieht es ein bisschen wahrscheinlicher aus als in der anderen, aber genauer wissen wir es nicht. Und jetzt schauen wir uns mal diese beiden Theorien, von denen ich gerade sprache, also diese zwei Erkenntnisse, nämlich, dass es für jedes bisschen Masse einen Schwarzschildradius gibt, dass wenn ich die Masse kleiner mache als diesen Schwarzschildradius, dann entsteht ein schwarzes Loch. Dann ist sie weg. So, was heißt nämlich schwarzes Loch? Müssen wir uns kurz nochmal verinnerlichen, dass wenn Licht ein schwarzes Loch nicht mehr verlassen kann, dann heißt das automatisch, weil nichts schneller ist als Licht, also auch keine Information jemals schneller sein kann als Licht, dass auch Information dieses schwarze Loch nicht mehr verlassen wird. Alles, was da drin ist, ist also quasi draußen. Ja, ist irgendwie nicht mehr in unserem Universum, weil der Raum, wenn man so will, um dieses schwarze Loch dann so vollständig gekrümmt ist, dass es sich halt quasi informationstheoretisch zumindest aus unserem Universum entfernt hat. Das ist nicht mehr innerhalb unseres Universums. Also im schwarzen Loch ist quasi außerhalb des Universums, weil da nichts mehr rauskommen kann, weil dazu müsste es schneller sein als Lichtgeschwindigkeit. Das ist der Kern, der wesentliche Kern dieser Überlegung des Schwarzschildradius und der schwarzen Löcher. Und wenn es jetzt für jedes Objekt, egal wie schwer es ist, für die Erde haben wir gelernt, ungefähr 9 Millimeter, für die Sonne sind sowas wie roundabout 3 Kilometer, wenn es also so klein zusammenschrumpft, dann würde daraus ein schwarzes Loch entstehen. Keine Sorge, das tut die Sonne nicht. Ich erkläre noch warum. Aber jetzt gibt es ein anderes Phänomen, das hat der Herr Heisenberg herausgefunden, nämlich die Heisenbergsche Unschärferelation. Die sagt, dass je genauer wir von etwas einen Ort kennen, umso weniger klar können wir eine Aussage über dessen Impuls, also Energie aussagen. Das heißt, je klarer ich festlegen kann, wo was ist, umso unbestimmter wird es, wie viel Energie das enthält. Und nach E gleich mc² ist Energie ja gleich Masse und dann ist da noch so ein Faktor, Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, aber Energie und Masse ist also quasi dasselbe. Das heißt, aus Energie folgt Masse und aus Masse folgt Gravitation. Also jede Masse hat eine Gravitation, also hat auch jede Energie eine Gravitation. Das ist nun mal so. Wenn das dasselbe sein will, also wenn diese Formel stimmt, dann ist das so. Das heißt aber, dass wenn ich jetzt etwas sehr klein mache, bis an so eine Grenze ran, wo es so klein ist, weil wenn ich was klein mache, dann weiß ich ja auch, wo es ist. Dann habe ich ja einen Ort von dem Ding. Ich reduziere also die Größe immer weiter, kann also immer genauer sagen, wo es ist und immer genauer sagen, wo es ist. Damit wird die Energieunschärfe aber immer größer und immer größer. Irgendwann ist die Energieunschärfe so groß, dass aus der Energie eine Masse resultiert, die so groß ist, dass die Größe des Objekts kleiner ist als der Schwarzhildradius der Masse, die aus der Energie entsteht. Das heißt, ein Ding einer bestimmten Größe, wenn das noch kleiner wird, müsste es sofort zu einem schwarzen Loch werden. Und das, meine Lieben, ist die Planckgröße. Die Plancklänge beschreibt genau diesen Augenblick, wo ein Objekt, also die Länge, ab der ein Objekt kleiner wird, als die aus der Energieunschärfe resultierende Masse und deren Schwarzschildradius. Das heißt, und das ist total interessant und für die Überlegung von schwarzen Löchern und die Betrachtung dieser schwarzen Löcher auch wahnsinnig interessant, das heißt, dass unsere Physik für solche Objekte völlig versagt. Weil dann sind sie weg. Sie sind also dann einfach nicht mehr in unserem Universum. Das heißt, alle Objekte, die kleiner sind als Plancklänge, so könnte man sagen, ich weiß, alle theoretischen Physiker auf diesem Planeten, die jetzt also meinen Vortrag irgendwann im Stream sehen oder hören, werden sagen so, oh, na, aber so ganz so ist das natürlich nicht. Ich weiß, aber wir sind ja hier für blutige Anfänger. Also alle Spezialisten unter euch, ja, haltet euch zurück. Es ist für blutige Anfänger. Alles, was du kleiner machst als Plancklänge, verschwindet aus diesem Universum. Also können wir darüber keine Aussage machen. Simpel, oder? Das heißt, unsere Physik funktioniert nicht mehr. Das heißt es in Wirklichkeit. Unsere Physik versagt für Objekte kleiner als Plancklänge. Aus der Plancklänge folgt auch die Planckzeit. Die Planckzeit ist nämlich die Zeit, die das Licht braucht, die ja das schnellste ist, was es ist, was es gibt im Universum, im Vakuum. Diese Plancklänge zu durchstreiten, das ist irgendwas 10 hoch minus 44 Sekunden. Plancklänge ist, glaube ich, 10 hoch minus 34, 33, 34. Irgend so was, wer mag, kann das nachschlagen. Ich habe das nicht auswendig. So, jetzt haben wir schon mal so ein Dilemma. Also wir haben jetzt auf eine Art schon mal die Frage beantwortet, gibt es was allerkleinstes? Naja, rein physikalisch gesehen schon, aber nur deswegen, weil für noch kleiner stehen alle Physiker da und zucken mit den Schultern. Außer die String-Theoretiker, die zucken eigentlich nie mit den Schultern. Die sagen, ah, nee, 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 die Strings, die sind's. So, ganz kurzer Exkurs in die String-Theorie, für die, die es gehört haben. Strings sind so kleine, vibrierende, ja, eigentlich eindimensionale Ringe. Die wabern, die sind irre, irre, irre klein, also in dieser Größenordnung, dieser Plancklänge. Und je nachdem, wie die vibrieren, machen die die Eigenschaften von den ganzen verschiedenen Dingen, die es gibt im Universum. Jetzt gab es gerade, und das will ich euch nicht vorenthalten, einen sehr schlauen Physiker, der schon sehr, sehr viele schlaue Sachen in der Vergangenheit gesagt hat, der gerade mal analysiert hat. Es gibt nämlich Probleme mit dieser String-Theorie, die führt zu einer Myriadenanzahl von möglichen Universen. Also wirklich wahnsinnig viele, und das ist so absolut beliebig. Ja, also es sind gigantische Zehnerpotenzen an möglichen Universen, die sich mit der String-Theorie beschreiben lassen. Und er hat mal versucht rauszufinden, nur mal so spaßenshalber, ob denn unser Universum überhaupt eins ist, sein kann, das von der String-Theorie auch beschrieben wird, und hat da Widersprüche gefunden. Und das ist ganz interessant. Jetzt gibt es nämlich zwei Interpretationen dieses Umstands. Ich weiß, wir kommen von Thema, aber es ist trotzdem spannend. Die eine Interpretation ist also entweder, und das könnte jetzt also der übelmeinde String-Theoretiker ja glauben, der behauptet also, unser Universum ist keines, das durch die String-Theorie beschrieben werden kann. Also ist die String-Theorie falsch. Die andere Interpretation, und das tun dann die schlaueren String-Theoretiker, sagen, nee, warte mal, der sagt, dass unser Universum eines ist, das in der String-Theorie nicht widerspruchsfrei beschrieben werden kann. Daraus könnte folgen, unser Universum ist nicht widerspruchsfrei. Es könnte also sein, und so könnte jetzt also der eher schlauere String-Theoretiker behaupten, dass unser Universum anders als Einstein und die anderen, das behauptet hatten, gar nicht wirklich konsistent ist. Das nur so für dann heute Nacht mal zum drüber träumen, dass tatsächlich eine Diskussion, die gerade im Gange ist, die Frage ist, denn muss unser Universum notwendigerweise widerspruchsfrei sein? Warum mache ich die Exkursion? Weil wir kommen ja, wir reden über schwarze Löcher. Und da bestreiten sich alle, weil in Wirklichkeit weiß niemand, was das ist. Und eine ganze Zeit lang waren sich auch alle sicher, nein, das kann es nicht geben. Jetzt kommen wir nämlich mal zu der Frage, wie entsteht denn vielleicht, wie könnte denn so ein Prozess aussehen, dass so ein schwarzes Loch entsteht? Wie könnte denn überhaupt sein, dass irgendein theoretischer Physiker annimmt, dass es wirklich schwarze Löcher geben könnte? Dazu müssen wir ein bisschen verstehen, wie so ein Stern funktioniert. Also wir stellen uns jetzt mal so einen Stern vor, sagen wir mal einfache Sonnenmasse, der Stern so jetzt hier im Universum vor sich hin. Und jetzt wird da in der Kernfusion also Wasserstoff zu Helium und dann werden da irgendwann schwerere Elemente draus und dann wird da irgendwann Silizium draus und irgendwann wird es für diesen Stern wahnsinnig schwer, weiter schwerere Elemente zu erzeugen, weil ab einem bestimmten Punkt, nämlich ab Eisen, geht das nicht mehr, dann müsste man Energie zuführen. Das heißt, irgendwie reicht die Energie jetzt also nicht mehr aus, die in diesem Stern durch die Kompression, durch die Gravitation, also dieses ganze Gas wird jetzt durch Gravitationskräfte zusammengedrückt, in der Mitte wird es immer heißer und heißer und heißer und dann kommt dieser Prozess ins Laufen. So und irgendwann ist das alles ausgebrannt, wenn du so willst und dann ist dieser Stern am Ende. So und was macht der Stern? Er hört auf zu glühen, wenn du so willst. Also die Kernfusion kommt zum Erliegen. Das heißt, die ganzen thermodynamischen Kräfte, die jetzt also dieses ganze Gas auseinander gedrückt haben, die sind jetzt auch weg und jetzt ist nur noch die Gravitation übrig. Ja, und dann fängt das so langsam und immer schneller und immer schneller, weil es wird ja nicht mehr gebremst durch irgendeine Energie da drin, an in sich zusammenzufallen. Und jetzt wissen wir aber alle, Elektronen, die stoßen sich gegenseitig ab. So und wenn sie das hinreichend dolle tun, dann ist irgendwo Schluss. Ja, zack und irgendwann ist dieser Stern so kompakt, wie er sein kann. Also wenn er in der Größe unserer Sonne ist, vorher passieren noch ein paar andere Effekte, die können wir kurz ignorieren. Roter Riese und so weiter interessiert uns gerade nicht. Und dann ist er irgendwann kompakt und dann klimmt der noch so vor sich hin und dann ist das ein weißer Zwerg, der glüht so noch so nach und dann ist halt Schluss mit unserer Sonne. So, das ist das, was unsere Sonne wohl ereilen wird. Und jetzt gibt es aber ein paar Sterne, die sind ein bisschen größer. Die haben mehr Masse. Ja, es gibt ja ganz schön große Sterne. Jetzt haben die, sagen wir mal, so über zehn Sonnenmassen unserer Sonne. Und am Ende derer Lebensdauer passiert was total Spannendes. Weil die Kraft, die jetzt entsteht, wenn die komprimieren, ja, Gravitation ist ja auch abhängig vom Radius, also von der Entfernung von der Masse. Wenn die Masse jetzt immer kleiner wird, wird also die Gravitation, die jetzt in diesem Raum wirkt, auch immer größer. Die Raumkrümmung wird immer größer. Das wird immer weiter zusammengepresst, immer weiter zusammengepresst. Und jetzt passiert was total Abgefahrenes. Jetzt stürzen also all diese Gase, dieses Silizium und Eisen und so weiter, das stürzt jetzt alles ins Innere. Und ganz innen, da wo der Druck am größten ist, wird jetzt diese Barriere überwunden, wo Elektronen sich gegenseitig abstoßen, weil die Kraft größer ist, der Gravitation, die da wirkt, als die abstoßende Kraft der Elektronen. Das heißt, die Elektronen stoßen nicht mehr gegenseitig ab. Die Elektronen werden jetzt auf die Protonen und Neutronen gedrückt, die da schon drin sind. Und jetzt passiert was total Witziges. Nämlich, für alle, die das im Chemieunterricht oder in Physik gar nicht mitgekriegt haben, Protonen und Elektronen zusammen machen einen Neutronen. Die werden also so lange zusammengequetscht, bis aus dem Proton, positive Ladung, dem Elektron, negative Ladung, interessanterweise beide Ladungen genau gleich, nicht groß, plus Energie, zack, wird zusammengepresst zu einem Neutron. Dabei werden Elektronen-Neutrinos frei, und zwar wirklich rasant viele in diesem Prozess. Und dann wird das weiter zusammengequetscht und in der Mitte entsteht jetzt also in einem schlagartigen Moment ein massiver, nicht mehr komprimierbarer Eisenkern. Weil das Eisen ist ja das Einzige, was hier noch vorhanden war. Mehr kann so eine Sonne nicht herstellen als Eisen. So, und dieser Eisenkern ist jetzt plötzlich im Prinzip in einer Dynamik wie eine Flüssigkeit, wie Wasser. Ist ja auch nicht komprimierbar. Dieser Eisenkern ist jetzt nicht mehr weiter komprimierbar, obwohl die Temperaturen da gigantisch hoch sind. Und der kann aber nicht mehr weiter komprimiert werden. Und jetzt passiert was total Abgefahrenes. Jetzt rauschen nämlich die ganzen Gase von außen mit abartig hoher Geschwindigkeit auf diesen plötzlich starr werdenden Eisenkern, der jetzt nicht mehr softgasförmig ist. Und dann prallen die da ab. Und die kommen da mit bis zu 30% der Lichtgeschwindigkeit, also abgefahren hohen Geschwindigkeiten, auf diesem Kern an, prallen da ab und treffen jetzt auf die Gase von weiter außen. Und jetzt knallen die also mit einer Differenzgeschwindigkeit, die relativistisch ist, also total relevant in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit. Also, wie gesagt, ungefähr 30% der Lichtgeschwindigkeit knallen jetzt diese Gase aufeinander. Und das gibt einen Riesenrumms. Das gibt die größte Explosion, die ihr euch vorstellen kannst, das ist nämlich eine Supernova. Da kracht es im Kadon. Und genau bei dieser Supernova, da entstehen alle schwereren Elemente als Eisen. Nur in dieser Kollision der Gase, die von außen kommen und der von innen kommen, die nicht schwerer, also hauptsächlich Silizium und so ein Zeug, das kracht jetzt zusammen und da fusioniert das zu schwereren Elementen und fetzt in einer gigantischen Explosion auseinander. Und in der Mitte, das bleibt übrig. Und wenn das schwer genug war da in der Mitte, dann ist das so stark komprimiert, dass dann da ein Neutronenstern draus wird, weil Protonen und Elektronen sich jetzt zu Neutronen vereint haben. Und ganz interessanter Funfact, als man das mit den Supernova so langsam anfing zu verstehen, da haben die mit Computern Simulationen gerechnet, haben sich überlegt, so okay, wir simulieren jetzt mal Supernova-Explosionen und das haben die gemacht im großen Stil. Noch eine und noch eine und noch eine und es waren immer total geile Simulationen, aber die sind nie explodiert. Das heißt, sie haben alle Parameter, die sie finden konnten, eingebaut und diese Supernova, die sind einfach nicht explodiert. Egal, was sie getan haben und irgendwann kamen sie dann dahinter, dass bei diesem Prozess, dass diese Protonen und die Elektronen zu Neutronen zusammengepresst werden und dabei Elektronen-Neutrinos frei werden. Und alle, die sich ein bisschen für Teilchenphysik interessieren oder bei einem der Talks jetzt war über Teilchenphysik in der Astronomie, also Neutrino-Astronomie oder kosmische Strahlung, die wissen Neutrilos, die heißen Neutrinos, das sind also kleine Neutrönchen, die wechselwirken nicht, also eigentlich nie, also im Sinne von nie. Also stellt euch eine Mauer vor, einen Block, zwei Lichtjahre von Blei, also richtig viel Fettblei, mehr Blei, als es ihr euch überhaupt vorstellt. Und da geht so ein Neutrino einfach so flipp durch. Ja, also da ist nichts. Das ist dieses zwei Lichtjahre dicke Bleiklotzding ist für so ein Neutrino transparent. Das geht da einfach durch. So, deswegen nahm man überhaupt auch nicht an, dass die irgendwas beitragen. Aber tatsächlich, erst wenn sie in die Simulation die Neutrinos hinzufügen, die da entstehen, und bei dieser Kompressions- und Hochgeschwindigkeit, Kompressionssituation, entstehen tatsächlich so viele von diesen Neutrinos, dass diese unglaublich unwahrscheinliche Situation des Wechselwirkens plus dem Umstand, dass die Neutrinos, die dabei entstehen, sehr, sehr hochenergetisch sind und dann halt doch wieder wechselwirken, auch wegen der Heisenbergschen Unschärferelation. Das führt dazu, dass diesem ganzen Konstrukt ein Quäntchen von mehr Push mitgegeben wird, damit es dann wirklich auch in den Simulationen zu dieser Supernova-Explosion überhaupt kommen kann. Und das ist deswegen so wahnsinnig wichtig, weil gäbe es diese Supernova nicht, gäbe es uns nicht. Weil, naja, ich meine, schau mal, Sterne, die leichter sind, als dass sie eine Supernova machen, die explodieren nicht. Ja, wo kommt denn dann alles her, was nicht Wasserstoff und Helium ist? Wasserstoff und Helium ist entstanden bei der Entstehung des Universums. So ganz viel Wasserstoff, ganz bisschen Helium, vielleicht noch ein bisschen was, aber ganz wenig, nur von den etwas schwereren Elementen. Und wir alle bestehen ja nicht, also schon auch viel Wasserstoff, aber auch noch ganz viel anderes. Und natürlich auch bis hin zu Eisen, aber auch schwerer Gold und so weiter. Aber wenn es keine Supernova gäbe, dann gäbe es nur noch überall ausgebrannte weiße Zwerge. Und dann wäre Schluss, alles Eisen wäre da drin, fertig. Ja, da wäre nichts explodiert, dann wären auch keine Planeten entstanden, die aus was anderem bestehen können. Als Wasserstoff gibt es alles gar nicht. Nur durch die Supernovae tatsächlich entstehen erstens die schwereren Elemente als Eisen und zweitens wird der ganze Kram überhaupt erstmal wieder ins Weltall geschleudert und findet sich dann zu Planeten zustande und zu den Dingen auf den Planeten. Und deswegen ist es so eine schöne Vorstellung, euch mitzuteilen, dass ihr aus Sternenstaub besteht und zwar aus explodierten Sternen, die in gigantischen Explosionen auseinandergefetzt sind. Und das ist eigentlich, wie ich finde, eine sehr beruhigende Vorstellung. Aber das sind ja noch keine schwarzen Löcher. Und jetzt gibt es so, es gibt ja noch größere Sterne, ne? Und jetzt gibt es so Sterne, die sind, sagen wir mal, wirklich groß, 40 Sonnenmassen. Ja, also es gibt noch viel, viel größere Sterne, das hat nach oben eine Grenze, glaubt man heute, aber ist jetzt erstmal egal. So ab 40 Sonnenmassen, da passiert jetzt was, das kracht zusammen, dann gibt es auch so eine Explosion, dabei wird ein Großteil dieser Masse abgesprengt, dann bleiben, was weiß ich, so 10 Sonnenmassen oder sowas übrig. Und dann wird das weiter zusammen, komprimiert und immer weiter zusammengedrückt. Und jetzt, daraus wird dann auch ein Neutronenstern, und dann wird es aber, dann reichen auch in Neutronensternen die auseinandertreibenden Kräfte nicht mehr aus. Und ab einer Grenze, über die Wissenschaftler heute noch reichlich diskutieren. Und wenn man jetzt idealisiert wieder annehmen würde, naja, die Massen sind absolut gleichmäßig verteilt, dieses Ding rotiert nicht und all diese Dinge, dann wäre es, könnte man also nach der Schwarzschildmetrik feststellen, bei 9 Achtel, also wenn diese Masse jetzt auf 9 Achtel der Größe des Schwarzschildradiuses, der nach dem Schwarzschild sozusagen der Ereignishorizont, also das schwarze Loch wäre, wenn das also auf 9 Achtel zusammengepresst wird, dann entsteht ganz im Inneren, genau in der Mitte, da wo der Druck am höchsten ist, dann entsteht da so etwas wie eben ein Mini-Mini-Mini-Mini-Mini, also genau etwas größer als Planckgröße, weil über kleiner als Planckgröße können wir keine Aussage treffen, dann entsteht dort ein Planckgrößen großes schwarzes Loch. Und jetzt wird das ein bisschen weiter zusammen komprimiert. Und jetzt könnte man denken, na okay, jetzt komprimiert sich das alles weiter und dadurch wächst dieses schwarze Loch in der Mitte. Es entsteht aber noch ein anderer Effekt, weil auch das könnte ja noch zum Erliegen kommen. Jetzt purzeln aber, wenn in ganz in der Mitte dieses mini-kleine schwarze Loch größer wird, jetzt purzeln da aufgrund des großen Drucks und der Bewegungen, die da drin und so weiter, da ist ja ordentlich thermische Energie, das ist irre heiß, jetzt purzeln da Neutronen rein in dieses schwarze Loch. Und wir haben ja vorhin gelernt, wenn was ins schwarze Loch reinfällt, dann ist es raus aus dem Universum. Und wenn es raus, also aus unserem, nur anschaulich dargestellt, wieder für alle Experten, ich weiß, wenn es also raus ist aus dem Universum, dann trägst du auch nicht mehr bei, um den Stern auseinanderzuhalten. Wir haben also einen Neutronenstern, der so doll zusammengepresst ist, dass in der Mitte ein mini-mini-kleines schwarzes Loch entsteht und der Druck aber so groß ist, dass es jetzt da die Neutronen in dieses schwarze Loch hineindrückt und dann sind die Neutronen nicht mehr da, um dagegen zu drücken. Und dann, naja, dann kommen die Nächsten dran, die flutschen dann rein und dabei schrumpft natürlich dieser Stern weiter und diese Singularität nennt man das, also dieser Zustand im Inneren des schwarzen Loches, also außerhalb unseres Universums, der eskaliert so langsam, das wird immer mehr, die Masse da drin nimmt zu, die ist ja dann irgendwie auch sehr, sehr klein, nehmen wir an, wir haben ehrlich gestanden in Wirklichkeit überhaupt gar keine Ahnung, was im Inneren eines schwarzen Lochs überhaupt ist oder eben außerhalb unseres Universums. So, und jetzt purzeln also immer mehr von diesen Neutronen in dieses schwarze Loch hinein und helfen nicht mehr dabei, den Stern auseinanderzuhalten. Ja, und dann eskaliert das und zwar in Sekundenschnelle. Ja, das geht dann also wirklich schnell, nehmen wir also so einen gigantischen 40-fach Sonnenmassen, da ist die außere Hülle abgespeichert, zehn Sonnenmassen bleiben übrig, die komprimieren jetzt auf, was weiß ich, zehn Kilometer, ich habe keine Ahnung, müsste jetzt mal jemand ausrechnen und dann verschwinden im Inneren sozusagen die Neutronen und dann macht es binnen Sekunden, flupp, ja, das ist ein Prozess, der sozusagen von innen nach außen, den sehen wir nicht, weil außen rumtobt die Hölle an Inferno und an Kernfusionsreaktionen durch diese ganze Gaswolken-Geschichte, die ich euch vorhin erzählt habe, die ist ja trotzdem im Gange da draußen, ja. Und dann flutscht das alles von innen immer weiter in dieses schwarze Loch ein, das schwarze Loch im Inneren wächst also, so müssen wir uns das ein bisschen vorstellen, warum das nicht wirklich stimmt und warum die ganze Geschichte so wahnsinnig schräg wird, da kommen wir gleich zu. Alles verschwindet also in diesem schwarzen Loch und irgendwann ist diese ganze Materie da drin in diesem schwarzen Loch und außen rum kreiseln jetzt oder das, was eben nicht kreiselt, fällt da auch noch rein, die übrig gebliebene Materie. Und das Ding ist halt innen drin schwarz und außen rum ist es jetzt erstmal nochmal wahnsinnig hell, weil, naja, es ist ja eine Mordsfusionsreaktion im Gange gewesen, da wurden ganz viele Dinge abgesprengt und jetzt ist es vielleicht die richtige Stelle, um mal festzustellen, dass dann aber an dieser Stelle für alles andere da drum rum, um diesen Stern, was da so drum rum kreiste, sich überhaupt nichts geändert hat. Gar nichts. Es wird ja gerne falsch verstanden und es wird auch in dieser bescheuerten, auch in der Wissenschaftspresse immer gerne darauf hingewiesen, dass schwarze Löcher so Materie-Staubsauger seien. Das ist totaler Blödsinn. Das tun die nicht, die schwarzen Löcher. Die schwarzen Löcher haben nämlich noch genau die gleiche Masse wie vorher. Das heißt, die ziehen jetzt auch nichts noch doller an als vorher. Wenn unsere Sonne jetzt schlagartig zu einem schwarzen Loch würde, da würde eins passieren, es wird dunkel. Das war's. Da kreisen wir immer noch genau so in dieser Entfernung drum rum und alle Prozesse gehen noch genauso weit, außer dass es eben scheiße dunkel ist und wir alle sterben, weil wir haben noch keine Kernfusion geschaffen auf unserem Planeten. Da können wir uns noch eine Zeit lang unter die Erde buddeln und dann war's das. Aber ansonsten merken wir davon nichts. Die Sonne ist quasi, ja, die Gravitation ist noch da, aber die Sonne leuchtet nicht mehr. Sie ist im Inneren des schwarzen Loches. Das sind keine Staubsauger. Das ist Quatsch. Die Gravitation ist noch immer die gleiche. So, jetzt ist also dieses ganze Materiezeug in dieses schwarze Loch verschwunden und damit entstehen jetzt wirklich schlimme Probleme, die den Physikern die Haare zu Berge stehen lassen und sie zu so lustigen Aussagen hinreißen lassen, wie schwarze Löcher haben keine Haare. So, damit meinen sie, dass diese schwarzen Löcher tatsächlich jetzt eigentlich auch so gut wie keine Eigenschaften mehr haben. Und das bringt ganz viele Physiker wirklich in die Verzweiflung, weil es gibt neben dem Energieerhaltungssatz in der Quantentheorie auch noch sowas wie den Informationserhaltungssatz. Und das bedeutet, dass die Gesamtmenge an Informationen im Universum konstant ist. und das bedeutet, dass aber wenn jetzt Objekte, Dinge, Teilchen in diesem schwarzen Loch verschwunden sind, also die Information außerhalb unseres Universums wäre, weil, die ist ja nicht mehr in unserem Universum, dann ist Information verloren gegangen. Und das ist völlig unvereinbar mit der Quantenphysik. Und deswegen darf das nicht sein. Und dann kam so 1974 der hochverhärte Stephen Hawking auf so eine Idee, wie das zu retten wäre. Und da will ich auch euch nicht vorenthalten, das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß, wir sind ja eigentlich für blutige Anfänger, aber der hat jetzt folgende Idee geäußert und dazu eine Mathematik entwickelt. Der sagt also, zu dem Zeitpunkt war man sich auch schon relativ sicher, der leere Raum, also das Universum, wenn es komplett leer wäre, das ist jetzt dieser leere Raum, der ist nicht wirklich leer, leer im Sinne von leer, sondern der hat ein Potenzial. Der hat also ein gewisses Energiepotenzial, das könnt ihr euch vorstellen, wie ein absolut spiegelglattes, unendlich großes Meer. Das ist so und so tief und wie tief es ist, das beschreibt sozusagen das Potenzial. Und dieses Meer ist absolut spiegelglatt und solange das absolut spiegelglatt ist, ist auch alles in Ordnung und jetzt kann man aber in dem Meer eine Welle machen. Jetzt schmeißen wir also mal einen Stein in dieses Meer und dann gibt es eine Welle. Eine Welle heißt, irgendwo ist es hoch, irgendwo ist es tief und es wandert jetzt also durch dieses Meer. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Meeresspiegel als Null bezeichnen würden, gäbe es jetzt also eine positive Energie, also die Welle ist oben und eine negative Energie. Also Welle ist unten und diese beiden Wellen, wenn sie jetzt sich wieder vereinen miteinander, dann sind sie wieder Null. Dann ist alles wieder gut. So und die Idee jetzt des leeren Raumes ist, dass eben auch dieser leere Raum eine Energie hat und dass diese Energie aber nicht spiegelglatt ist. Das ist jetzt wieder Quantenphysik. Ihr merkt schon, wir sind genau an diesem Grenzbereich zwischen Relativitätstheorie und Quantenphysik, also an dem, wo es nicht mehr vereinbar ist, so gut. Aber laut Quantenphysik ist dieser leere Raum also nicht völlig frei von Welle. In Wirklichkeit sind alle Teilchen und alle Elemente, alle Elementarteilchen, die wir kennen, auch als Welle, eben genau so eine Welle beschreibbar. Und naja, es gibt eben hier noch die Möglichkeit, dass also jetzt, und das ist auch ganz interessant, und jetzt wird euch vielleicht auch ein bisschen klarer, was das mit dem Planck auf sich hat. Die Planckzeit hatten wir erwähnt, 10 hoch minus 44 Sekunden, also die Zeit, die das Licht braucht, um die Plancklänge, die kleinste, vernünftig zu beschreibende Länge, durchschreitet. Unterhalb dieser Planckgrößen funktioniert unsere Physik nicht. Das heißt aber auch, dass wir davon ausgehen dürfen, dass die Physik, die wir kennen, beliebig verletzt werden darf. Weil unsere physikalischen Gesetze gelten da nicht. Das heißt auch der Energieerhaltungssatz darf hier beliebig verletzt werden. Solange das nur rechtzeitig wieder in Ordnung gebracht wird, ist ja alles in Ordnung. Also das Nichts, der leere Raum, kann sich in Unterplankzeit in ein Teilchen positive und negative Energie teilen. Wenn er nur rechtzeitig sich wieder vereint, und dann ist es wieder Null. Das ist erlaubt. Und ganz interessant, da gibt es sehr gut funktionierende Theorien zu, die sehr gute Vorhersagen machen. Und diese Vorhersagen lassen sich überprüfen. Wir sind also uns relativ sicher, dass das tatsächlich so ist. Das nennt man dann umgangssprachlich den Quantenschaum. Das heißt, es entstehen und vergehen permanent überall virtuelle Teilchen. Um euch ein Beispiel zu geben, die Gesamtmasse, weil Energie ist ja gleich Masse, die Gesamtmasse eines Protons besteht zum allergrößten Teil aus diesen virtuellen Teilchen, die schneller als Plankzeit entstehen und wieder vergehen. Und nur ein ganz kleiner Teil ist tatsächlich der aus den drei quasi überschüssigen Quarks. Also in Wirklichkeit sind das ganz viele Quarks, die sind aber alle virtuell. Es ist aber immer so, dass genau drei irgendwie zu viel sind, um sich wieder in nichts zu vereinen. Und das ist eigentlich das Proton. Also es können diese virtuellen Teilchen beliebig entstehen und wieder vergehen, wenn es denn innerhalb Plankzeit passiert. Und jetzt haben wir ja aber, und das hat Stephen Hawking sich überlegt, da haben wir ja jetzt so eine Grenze. Ja, also diesen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, diesen sogenannten Ereignishorizont um dieses schwarze Loch. Der Ereignishorizont, der ist also jetzt sozusagen der Bereich, ab dem, wenn ich näher dran bin an dem schwarzen Loch, gibt es kein Zurück mehr, der Point of No Return. Dann fällt alles, was da drüber ist, in dieses schwarze Loch hinein und kann es nie wieder verlassen, weil es nie wieder schneller sein kann als Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt hat er sich überlegt, der Herr Hawking, wenn es diesen Ereignishorizont gibt und solche virtuellen Teilchen entstehen und diese virtuellen Teilchen, die können nicht am selben Ort entstehen, dann muss es passieren können, dass also ein virtuelles Teilchenpaar so entsteht, dass einer der beiden Teilnehmer jenseits, also im Inneren des schwarzen Loches entsteht und der andere draußen. So, das innen drin kann jetzt ja auch mal nicht mehr raus. Das ist ja dann außerhalb unseres Universums. Das entsteht jetzt also ein Teilchenpaar, so, lalala, mir nichts, dir nichts und plupsch, huch scheiße, Grenze. Ja, wir sind genau auf der Schwarzschildgrenze entstanden und jetzt ist das eine drin und das andere ist draußen. Die finden sich nicht mehr innerhalb Planckzeit, die können sich also nicht mehr vereinen. Und jetzt könnte man meinen, oh Mist, jetzt ist aus dem Nichts also ein Teilchen entstanden und jetzt hat sich der Herr Hawking was total Pfiffiges überlegt. Er hat gesagt, okay, warte mal, da ist jetzt also ein Teilchen draußen entstanden, das Teilchen hat eine positive Energie, sonst wäre es hier nicht, sonst gäbe es dieses Teilchen nicht. Das heißt, das Teilchen drinnen in diesem schwarzen Loch muss jetzt also negative Energie haben und dann hat er die Gleichung mal einfach rumgedreht. Das ist so ein Spiel mit Vorzeichen. Ja, also wenn ein Teilchen negative Energie ins Loch hinein, also in der Zeit vorwärts ins schwarze Loch hinein saust, dann ist das das Gleiche wie Gleichung umformen, ein paar Vorzeichen rumgedreht, als würde ein Teilchen positiver Energie in der Zeit rückwärts, kein Witz, in der Zeit rückwärts aus dem schwarzen Loch herauskommen. So, das heißt, dass durch diese virtuellen Teilchen, die auf genau dieser Grenze, dem Ereignishorizont entstehen, ein Teilchen drinnen, ein Teilchen draußen, kann man so beschreiben, als würde dieses schwarze Loch etwas verlassen. Also eben ein virtuelles Teilchen, das heißt, das schwarze Loch wird kleiner. So, damit verliert, laut Hawkins, dieses schwarze Loch wieder an Energie beziehungsweise an Masse, wird also kleiner und verdampft langsam, so könnte man sagen. Daraus lassen sich jetzt noch Temperaturen ableiten und was, das braucht uns alles nicht interessieren. Wichtig ist nur die Erkenntnis, dass das sozusagen eine Möglichkeit ist, die bisher experimentell noch völlig unbestätigt ist, aber trotzdem eine sehr schöne und auch sehr elegante Theorie, dass schwarze Löcher, wenn da keine neue Materie reinflutscht, dann werden die auch wieder kleiner und verdampfen langsam. So, und das tun sie umso schneller, je kleiner sie sind, weil der Radius dann kleiner ist und damit sozusagen die Kurve, die Krümmung des Schwarzschildradius auch größer ist. Das begünstigt aus Effekten, die wir jetzt nicht verstehen müssen, diese Bildung dieser virtuellen Teilchen. Das heißt, kleine Löcher verdampfen proportional gesehen deutlich schneller als große Löcher, große schwarze Löcher. So, jetzt kommen wir noch zu einem, also deswegen, deswegen hat auch niemand von diesen Physikern, die das verstanden haben, irgendwie Sorge, dass am LHC möglicherweise schwarze Löcher entstehen, die wie in diesen schlechten Sci-Fis dann plötzlich die ganze Erde auffressen. Das ist auch, auch wenn man von der Hawking-Strahlung nicht ausgehen würde, immer noch totaler Mumpitz und völliger Humbug, weil diese schwarzen Löcher sind dann ja wirklich wahnwitzig klein und wie wir wissen, saugen die nichts an, sondern die haben die Masse, die sie haben und damit haben sie die gravitative Wirkung, die diese Masse hat und diese gravitative Wirkung ist so abartig gering, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Teilchen in diesem schwarzen Loch verschwindet, so abartig gering ist und selbst wenn es das tut, dann passiert da nichts. Dann, was passiert? Dieses schwarze Loch irgendwie pendelt hier also irgendwie in unserer Erde mal auf und ab und in Wirklichkeit passiert dann gar nichts. Der saugt also. Es würde unseren Planeten nicht aufsaugen. Im Übrigen prasseln ständig auf unsere Atmosphäre Teilchen ein, die so viel schneller unterwegs sind, so viel mehr Energie haben als das, was man heute am LAC erzeugen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch jetzt also schwarze Löcher entstehen, die irgendwas Abgefahrenes mit unserem Planeten machen, wenn das so wäre, müsste das schon lang und dreckig passiert sein. Da müssen wir also echt mal richtig doll keine Angst vor haben. Das ist tatsächlich Mumpitz und wenn Hawking recht hat, dann sowieso, weil dann verdampfen diese mini kleinen schwarzen Löcher sowieso in Atul, in Pico, in sonst was Sekunden. sofort wieder. Das heißt, und danach forscht man ja tatsächlich auch, also man möchte natürlich eigentlich gerne mini schwarze Löcher herstellen, um sie erforschen zu können. Denn es gibt noch andere Probleme mit diesen schwarzen Löchern und das will ich euch auch nicht vorenthalten, weil um diese schwarzen Löcher haben wir ja festgestellt, wird der Raum, die Raumzeit gegründet. Laut Einstein ist, Raumzeit gehört ja zusammen. Man kann also Raum und Zeit nicht getrennt voneinander betrachten. Die wird gekrümmt, also wird nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit gekrümmt. Das heißt, wer den Relativitätstheorie-Vortrag ein bisschen verinnerlicht hat, weiß, von einem entfernt stehenden Beobachter geht also, ausbetrachtet, vergeht, für jemanden, der sich jetzt diesem schwarzen Loch nähert, die Zeit langsamer und immer langsamer und immer noch langsamer und immer noch langsamer und dann doch sehr langsam und genau in dem Moment, wo jetzt aber nur für den entfernten Beobachter, ganz wichtig, ist immer eine Frage, ist relativ, Raum und Zeit sind relativ, für den entfernten Beobachter bleibt in der Beobachtung die Zeit für den, der diesen Ereignishorizont erreicht, stehen. Das ist auch wieder wahnsinnig interessant, also ein entfernter Beobachter wird niemals feststellen, dass irgendetwas in dieses schwarze Loch hineinfällt. So, und das alles haben wir uns jetzt betrachtet, momentan für nicht rotierende schwarze Löcher, die alle punktförmig sind und jetzt sind aber schwarze Löcher eben leider nicht rotierend, weil alles im Universum irgendwie rotiert, insbesondere auch die ganzen Sonnen und Sterne, aus denen so ein schwarzes Loch entstanden sein könnte und weil sowas wie Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist und dann könnt ihr euch das vorstellen, diese Piraten-Nummer, ein Eiskunstläufer oder eine Eiskunstläuferin dreht sich, zieht die Arme zusammen, rotiert dabei schneller, das heißt, wenn jetzt also dieser rotierende Stern so langsam in sich und dann immer schneller in sich zusammenfällt, fängt diese ganze Kiste auch an, im Erhaltung des Drehimpulses sich immer schneller und immer schneller zu drehen, bis es halt in diesem Ereignishorizont verschwindet und dann haben wir hier ein rotierendes schwarzes Loch und das ist mathematisch viel, 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 viel komplizierter und da hat ein Herr Kerr, K-E-R-R, eine Lösung für gefunden, für die Einsteinsche Allgemeine Relativitätstheorie, für rotierende schwarze Löcher und da passiert was ganz Interessantes, dieses rotierende schwarze Loch reißt nämlich die Raumzeit um es herum mit und verschwurbelt und verzwirbelt das so spiralförmig, ja, müsst ihr, also, ihr kennt vielleicht alle diese Bilder von diesen Gravitationswellendetektoren, da sieht man so Wellen, die so spiralförmig von so sich umkreisenden schwarzen Löchern ausgehen, das trifft nicht nur auf sich umkreisende schwarze Löcher zu, sondern auch auf alle schwarzen Löcher, die rotieren nämlich und dann verschwinden sie im Ereignishorizont und außenrum rotiert also der ganze Raum, aber sozusagen mitgezerrt in dieser Raumzeitverzerrung weiter um dieses schwarze Loch. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schwierig, jetzt einen Radius anzugeben. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt einen Radius eines schwarzen Lochs angeben will, muss ich ja sagen, vom Zentrum des schwarzen Lochs bis dahin ist es so und so weit. Das ist irrsinnig sinnlos, wenn man einen so stark verzerrten Raum hat, kann man sich vorstellen, ja, also wenn wir so eine starke Raumverzerrung haben, dann ergibt dieser Radius keinen Sinn mehr, das heißt, der Ereignishorizont eines schwarzen Loches wird über seine Oberfläche beschrieben, das heißt, die Größe des schwarzen Loches beschreiben wir über eine Oberfläche. So, aber diese Raumzeit schwurbelt jetzt und dreht sich also um dieses schwarze Loch, währenddessen im Inneren, und da können wir nur mutmaßen, eine sogenannte Singularität entsteht. Beim nicht rotierenden schwarzen Loch wäre die also punktförmig. Das mag euch absurd vorkommen, wie kann denn jetzt die Materie von zehn Sonnen punktförmig, also punktförmig heißt ja, hat keine Größe, ist nicht groß, ist also unendlich klein. So, unendlich klein, haben wir schon gelernt. Plancklänge, schwierig, aber naja, warte mal, wir sind ja bereits im schwarzen Loch, ja, also ist auch unendlich klein, jetzt nicht mehr so dramatisch, weil noch ein schwarzes Loch, im schwarzen Loch, na wer weiß, vielleicht sogar das. Aber diese Materie besteht ja in Wirklichkeit nicht aus was Festem, wenn du so willst, also genauer du hinguckst, umso weniger Manifest ist dieses Materie-Konstrukt. Das ist ja eigentlich irgendwie, ja, schwubbernde Energie so. Und natürlich kann sich diese ganze schwubbernde Energie an einem Punkt vereinen und diese Energie ist gleich, Masse hat eben diese Masse des schwarzen Loches. Das heißt, nichts spricht dagegen in unserer Physik, die wir bis heute kennen, dass das tatsächlich bis auf einen Punkt zusammenschrumpft und damit quasi unendlich klein wird. Eine Singularität, nur dass wir damit leider ganz beschissen rechnen können. Aber für rotierende schwarze Löcher, naja, da ist es auch nicht wirklich besser, es passiert immer noch was unendlich Kleines, aber es wird ganz interessant, es ist nämlich nicht ein unendlich kleiner Punkt, sondern es ist, wenn du so willst, ein Ring, weil das Ding rotiert ja. Ja, und dadurch gibt es Fliehkräfte und Masse und Fliehkraft, da kann man sich schon vorstellen, da passiert was. Es entsteht also im Inneren eine Ringsingularität, zumindest könnte man sich das so vorstellen, nach der Kerl-Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie könnte das so sein. Also in diesem schwarzen Loch rotiert jetzt mit abartiger Rotationsgeschwindigkeit ein unendlich dünner Torus, ein unendlich dünner Ring. So, und das Einzige, was sich die Physiker heute trauen zu behaupten, ohne dass sie sich da auch so richtig sicher sind, ist, dass dieser Ring mit dieser Zentrifugalkraft sozusagen könnte, der je mehr Masse der hat, umso größer könnte der werden, aber alle hoffen, sagen wir mal so, alle theoretischen und auch die Experimentalphysiker hoffen auf eine Art, dass dieser Ring niemals größer werden kann als der Schwarzschildradius, sonst wäre der Ring ja wieder draußen. So, und dann haben sie alle einen Knoten im Hirn und dann haben wir ein Riesenproblem, dann haben wir eine sogenannte freie Singularität, die nicht mehr im schwarzen Loch ist, dann wäre auch das schwarze Loch wieder weg, weil der Ring ist ja nun größer. Ja, und dann würde jetzt also eine ringförmige Singularität sich hier im Universum befinden und das möchte sich heute nun wirklich tatsächlich niemand so wirklich vorstellen. So, jetzt habe ich euch ganz, ganz, ganz doll weit entführt, so in diese Welt der schwarzen Löcher. Ich habe euch erzählt, dass also, wenn ich mich diesem Schwarzschildradius, dieser Singularität nähe, von außen betrachte, die Zeit stehen bleibt, das heißt übrigens nicht, dass ich, der ich gerade ins schwarze Loch falle, damit ein Problem habe. Ich merke das nicht. Ja, ich falle da ganz normal rein. Ja, also für mich läuft die Zeit auch ganz normal und dieser Schwarzschildradius, der ist für mich nicht erkennbar durch gar nichts. Außer, wenn das ein kleines schwarzes Loch ist, dann werde ich so blöd spackettifiziert und zerfetzt, aber das nur nebenbei. Aber ansonsten falle ich da so rein und ganz interessanter Funfact, wenn meine Füße drin sind und ich bin draußen, dann sehe ich die trotzdem. So, wie kann das sein? Das Licht kann doch von meinen Füßen nicht durch den Ereignissehorizont da draußen. Nee, aber ich mit der Geschwindigkeit nach innen. Das heißt, die Photonen stehen hier und ich falle auf die Photonen zu. Das ist für mich ganz genauso, als würden die Photonen mit Lichtgeschwindigkeit auf mein Auge zu klatschen. Für mich kein Unterschied. Ja, ich sehe mich also in dieses schwarze Loch reinfallen. Dass ich ganz knapp später in einer Singularität im Nirwana verschwinde, ist vielleicht so ein blödes Detail. Ja, aber aus meiner Sicht von dieser Spaghettifizierung mal abgesehen, bin ich auch kräftefreier. Ich befinde mich im freien Fall. Da wirkt keine Kraft auf mich. Außer, dass die gezeiten Kraft an den Füßen viel größer ist als die am Oberkörper, was mich leider komplett zerfetzt. Aber wenn ich ein sehr, sehr großes, ein supermassives schwarzes Loch habe, es gibt, haben Sie neulich ein paar gefunden, es gibt ein supermassives schwarzes Loch, das hat die Masse von, haltet euch fest, 20 Milliarden Sonnen. Das ist also auch, das ist dann auch wirklich schon, hat einen irrsinnig großen Umfang. Diese Singularität kann man nur vermuten. Sehen können wir die ja nicht. Ja, es gibt Bemühungen, selbst wenigstens mal die Wirkungen dieser schwarzen Löcher besser zu dokumentieren. Was man sehen kann, im Zentrum unserer Galaxie, ist auch so ein nachgewiesenes, supermassives schwarzes Loch. Das hat nicht ganz so viel, das hat ein paar zig Millionen Sonnenmassen, ich weiß nicht genau. Aber was man da sehen kann ist, und das stimmt exakt mit den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie voraus, wie also in abartiger Geschwindigkeit in wenigen Jahren Sonnen um diesen Kern dieses unserer Galaxie drumrum sausen und ganz offensichtlich von einer gigantischen Masse, die zufällig genau diese Wirkung hat, die man von einem supermassiven schwarzen Loch erwarten würde, inklusive dem Fakt, dass man überhaupt nichts sehen kann, weil das Ding ja schwarz ist. Legt also wirklich wahnsinnig nahe, dass da so ein schwarzes Loch ist. Kurzum, also ich stürze da rein, merke eigentlich nichts davon. Ist auch interessant, aber schwer zu erklären, das schaffen wir heute nicht mehr. Man könnte ja sagen, wenn ein weit entfernter Beobachter sieht, wie für mich die Zeit stehen bleibt und ich also auf dem Äußeren dieses Schwarzfeldradius, übrigens dabei sehr stark rot verschoben, die Zeit wird ja langsamer, also alles Licht wird immer roter, stehen bleibe, müsste ich als der da reinfallen, der eigentlich sehen, wie das Universum seinerseits die Zeit viel schneller vergeht, müsste also so hui auf das Ende des Universums zusausen, müsste also sehen, wie sich das Universum in abartiger Geschwindigkeit altert. Das ist aber nicht so. So, das kompliziert zu erklären, das hat dann auch mit Anfängern nichts mehr zu tun, aber ich kann euch versichern, das ist nicht so. Für mich, der in das schwarze Loch reinfällt, verläuft die Zeit völlig normal. Und auch das Universum da draußen, das wird ein bisschen blau verschoben und sowas, aber ansonsten passiert nichts Besonderes. Sonst nämlich müsste man sich ja auch die total vernünftige Frage stellen, wie sollen denn sich bitteschön zwei schwarze Löcher vereinigen, ja, das ist ja gemessen worden mit dem LIGO, also zwei schwarze Löcher kreisen umeinander, das ist ja jetzt doppelt so doof wie ein schwarzes Loch, wo was reinfällt, ja, wie sollen die sich vereinigen, wenn das eine am Schwarzschildradius das andere kleben bleibt und das andere am Schwarzschildradius, also beide krümmen sich um ihre gegenseitig, um ihre Schwarzschildradius, das ist absurd, das ergibt auch keinen Sinn und ist tatsächlich auch wirklich nicht so. Das heißt, die machen genau das, nämlich blub, ja, das ist dieses Geräusch, das es machte, als das LIGO festgestellt hat, blub, wie sich zwei schwarze Löcher vereinigt haben. So grob zusammengefasst, die Absurditäten, wir könnten darüber noch stundenlang reden, ich habe keine Ahnung, wie spät es überhaupt ist, ich würde aber die Gelegenheit nutzen, wir haben ganz viele Themen noch vergessen, können wir gerne noch dazu kommen, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit wir haben, aber ich würde euch Raum für Fragen lassen, weil das war jetzt wahnsinnig viel Zeug und wenn ihr Bock habt, das in irgendeine Richtung zu treiben, dann tut das doch jetzt einfach und bis dahin möchte ich erst mal dafür bedanken, dass ihr so aufmerksam zugehört habt und fast niemand ist weggegangen, das finde ich total toll. Vielen Dank. Applaus Und wenn ihr Bock habt, dann fragt halt. Ja? Wenn ich jetzt auf der einen Seite des schwarzen Lochs reingehe, komme ich aber wieder raus? Ich wiederhole die Frage gleich. Dann komme ich irgendwo wieder raus. Woher nimmt das die Materie? Nein. Wenn auf der einen Seite des schwarzen Lochs was reingeht, dann ist es weg. Dann ist es drin im schwarzen Loch und da kommt es nicht wieder raus, das ist ja das Wesen des schwarzen Lochs. Alles, was im schwarzen Loch ist, bleibt da auch drin. Naja, bis auf die Hawking-Strahlung und irgendwann verdampft das wieder. So, aber nein. Also dazu, um wieder rauszukommen, muss es Überlichtgeschwindigkeit haben. Das geht schlecht. Beantwortet das die Frage? Was ich sagen will, es kann, es passt beliebig viel in ein solches schwarzes Loch hinein. Es gibt keine, keine Obergrenze für die Füllmenge eines schwarzen Lochs. Unendlich klein ist unendlich klein. Ich kann beliebig viel Materie auf unendlich kleinem Raum vereinigen. Das ist übrigens die Idee hinter dem Urknall. Nicht, dass der Urknall ein schwarzes Loch gewesen wäre. Dazu hätte er inhomogen verteilt sein müssen. Aber alle Energie und Materie und alles, was ihr in diesem Universum seht, war einmal auf einen, naja, nicht unendlich klein, darüber können wir keine Aussage machen, aber mindestens mal Planckgröße klein zusammengequetscht, bevor es auseinandergeplatzt ist. Zumindest das die gängige Theorie. Noch Fragen? Bitte. Was passiert mit allem, was im schwarzen Loch gesaugt wurde, wenn es verdampft? Die Frage ist, was passiert mit allem, was im schwarzen Loch gesaugt wurde, wenn es verdampft? Das ist eine interessante Frage und die löst auf eine Art ein bisschen dieses Informationserhaltungstheorem, von dem ich sprach. Da gibt es übrigens auch andere Lösungen für. Stephen Hawking löst das eben so, dass er sagt, dass die Information ja nicht wirklich in diesem schwarzen Loch verschwindet, sondern dass die ganze Energie und Materie irgendwann ja doch wieder aus diesem schwarzen Loch rauskommt. Aber die Information, und das ist ja fast schon ein bisschen metaphysische Vorstellung, von außen, also von weit entfernt betrachtet, ja nie das schwarze Loch betreten hat. Also ist sie auch nicht weg. Die bleibt ja am Ereignishorizont kleben. Die ist dann zweidimensional um diesen Ereignishorizont verteilt. Irgendwie ist die Masse dann ja aber auch drin, obwohl sich auch da nicht alle völlig einig sind, ob das wirklich so ist. Weil wenn wir nie sehen, wie Masse in das schwarze Loch hineingeht, warum sollten wir annehmen, dass sie dann drin ist? Also eine interessante Frage, eigentlich. Und, aber nein, also die, wenn sozusagen dieses schwarze Loch wieder verdampft, dann kommt die ganze Information leider total verschwurbelt und völlig nicht mehr nutzbar in Form von Wärme quasi wieder aus dem schwarzen Loch heraus. Ja, also da wird Energie abgestrahlt, solange bis das schwarze Loch wieder weg ist. So, also, und so versucht jetzt hier also jemand diesen Informationserhaltungssatz zu retten, indem er sagt, naja, das ist ja nie wirklich reingeflogen. in dieses schwarze Loch. Das sind aber so Fragen, da sich Leonard Suskind auch gerade intensiv beschäftigt, also just jetzt, also vor wenigen Monaten ein Paper dazu veröffentlicht, hat das noch nicht peer-reviewed ist. Das ich aber sehr bemerkenswert finde, der sagt nämlich so, ne, tatsächlich geht ja nie irgendwas in dieses schwarze Loch rein und deswegen wird es von außen betrachtet, ja auch nie größer. So, das heißt, der Radius nimmt nicht zu, aber innen drin halt schon. Also, Suskins These ist jetzt, und das ist ein aktuelles Paper, eines wirklich angesehenen Physikers ist, dass ein schwarzes Loch im Inneren an Komplexität, ergo Größe, zunimmt, von außen aber immer gleich groß bleibt. Das ist so ein bisschen eine Frage, das hat, es klingt so ein bisschen nach Harry Potter auf eine Art oder nach die Police Box von Dr. Who oder so, innen größer als außen, aber mathematisch durchaus vereinbar. Wir bewegen uns hier, ich erwähnte das ja am Anfang, wirklich hart an der Grenze und das meiste von dem, was wir über schwarze Löcher zu wissen glauben, muss man vorsichtig sagen, wissen wir aus rein theoretischen Überlegungen. Das Schöne daran ist nur, dass wir mit der Mathematik, die wir heute haben, Vorhersagen machen können, die wir ins Weltall schauend auch tatsächlich überprüfen und belegen können und sagen, ja, oh fuck, die Dinger gibt es wirklich, auch wenn das keiner geglaubt hätte. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo die Physiker dann sagen, ja, nee, die Lösung der Gleichung gibt es, aber das hat keine Entsprechung in der Realität, bis sie sie dann entdeckt haben und dann sagen, ach, du Scheiße. So, weil das ja eigentlich blöd, in der Physik, was unendlich Kleines mit unendlich großer Gravitation, nee, nicht schön. Also das würde man gerne in Gleichungen packen, die besser gelöst werden. Beantwortet das die Frage? Okay. Noch eine Frage, ja? Wenn das mit der Hawken-Strahlung stimmt und das schwarze Loch dann halt irgendwann vollständig verdampft wäre, was würde denn dann zurückbleiben? Also verdampft das vollständig oder wäre dann auch der Eisenkern übrig? Nee, 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 nee. Also da ist dann nichts mehr übrig. Der Eisenkern ist ja auch in sich zusammen gestürzt, in quasi reine Energie, punktförmig, beziehungsweise, naja, Kerlösung, rotierend, ringförmig. So, und wenn das wieder verdampft, dann ist es weg. Dann ist die ganze Energie wieder raus und dann ist da wieder leerer Raum. Da passiert nichts. So, das ist dann, ja, es gibt auch so die Idee der weißen Löcher, also die Überlegung, ob es nicht möglicherweise auch das Pendant, das inverse Pendant eines schwarzen Loches gibt, nämlich ein weißen Loch, also das wird sozusagen mittels dieser Einstein-Rosenbrücke, also des Wurmloches, einer möglichen Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie, für die es bis jetzt noch überhaupt keine beobachtbare Evidenz gibt, ja, aber theoretisch lösbar ist die. So, es könnte jetzt also ein schwarzes Loch mit einem weißen Loch irgendwo anders verbunden sein und die Materie flutscht da rein und blutscht da drüben wieder raus, aber das ist wieder eins von den Dingen, da mag in Wirklichkeit niemand so echt dran glauben, weil das ist zwar eine Lösung, aber nicht sehr naheliegend. Nur weil es sein könnte, heißt das ja noch nicht, dass es auch so ist, es könnte halt auch genau das Gegenteil sein, es spricht nichts dafür. Ja, also weiße Löcher sind, glaube ich sogar, wenn ich da richtig informiert bin, habe ich wohl vor kurzem gelesen, dass irgendjemand die Existenz von weißen Löchern widerlegen konnte oder die Möglichkeit der Existenz von weißen Löchern. Okay, vielen Dank. Wenn man nichts über das Inneren des schwarzen Loches lernen kann, weil keine Information aus dem schwarzen Loch herauskommen kann, woher nehmen wir die Sicherheit, dass Dinge wie die Drehimpulserhaltung da überhaupt gelten? Man kann nach der allgemeinen Relativitätstheorie oder der allgemeinen Relativitätstheorie folgend, wird ein rotierendes schwarzes Loch die Raumzeit außerhalb des Ereignishorizontes ja mit verwirbeln und verschwurbeln und das führt dazu, ist ein Aspekt, den ich noch nicht beleuchtet habe, danke für den Hinweis, wenn sowas rotiert, das kennen wir von der Galaxis, das kennen wir aber auch von unserem Sonnensystem, das kennen wir auch von den Ringen des Satelons, dann bilden sich drumrum nicht etwa große kugelförmige Materieansammlungen, sondern scheibenförmige Materieansammlungen, das muss aus der Physik der Natur so sein, warum könnt ihr nachlesen, ist an sich trivial, das heißt, hier entwickelt sich also eine Materie- und Gasscheibe rund um dieses schwarzes Loch und die ist natürlich je nicht dichter, die rankommt, wird die von dieser rotierenden Raumzeit mitgerissen und dadurch entstehen jetzt Effekte, erstens wird es da sehr heiß und fängt also doll an zu glühen, das ist ja sehr heißes Glühen sozusagen und außerdem wird dann durch diese Rotation dieser Akkretionsscheibe, so heißt das Ding, je nach Rotationsgeschwindigkeit des schwarzen Loches und dieser Spiralwirkung des mitgezerrten Raums um das schwarze Loch einen anderen Radius haben und das kann man beobachten, das kann man sehen und das entspricht, also kann man tatsächlich mit Teleskopen beobachten, man kann Akkretionsscheiben sehen und deren Größe beobachten und darüber feststellen, eigentlich wie groß so ein schwarzes Loch sein muss und wie schnell es sich dreht tatsächlich, also das sind Beobachtungen, die man machen kann, die hervorragend mit den Vorhersagen der Relativitätstheorie übereinstimmen. Ladungserhaltung? Woher nehmen wir an, dass das gilt? Oh ja, das ist Mathematik, die ich auch nicht verstanden habe, also ja, das weiß ich nicht genau, da kann ich jetzt nur, müsste ich jetzt irgendwas dazu erfinden, dann erzähle ich Quatsch, ich kann das beim nächsten Mal erzählen, bis dahin weiß ich das. Ich habe auch noch eine Frage, danke erstmal für den Vortrag, sehr cool. Ich habe mal gelernt im Physikunterricht, dass die Entropie eine feste Größe ist und dass die sehr viel mit der Temperatur zu tun hat. Ich kann mir jetzt vorstellen, bei einem Ding, was nicht messbar ist, in der Ausdehnung oder im Gewicht, muss das nicht eine Temperatur haben, wenn diese Entropie mehr wäre? Ja, schwarze Löcher haben eine Temperatur, ja. Aber wie messe ich die? Ich glaube, die ist bisher eine rein physikalische errechnete Größe, also ich glaube, die ist theoretisch, bin nicht sicher, ob die Temperatur von schwarzen Löchern schon gemessen wurde. Okay, also das ist, kann ich, da bin ich auch klar, das weiß ich einfach schlicht nicht, ob das schon gemessen wurde, aber ja, also schwarze Löcher sollten eine Temperatur haben. Ich würde noch nicht eine Aussage kaufen, dass die Entropie eine Erhaltungsgröße ist. Nee, aber ich habe mal gelernt, dass die Entropie, ich glaube, stetig abnimmt, ne, Abgabe von Wärme, das war so, dass irgendwie... Also ich hörte, die Entropie nehme zu. Entschuldigung, nehme zu, genau. Die machen zu nahe treten, aber ja, die Entropie nimmt zu, in der Tat, und letztlich ist ja aber auch, wenn so ein schwarzes Loch sich wieder verdampft durch die Hawking-Strahlung, dann hat die Entropie ja auch zugenommen, nicht wahr? Also weil, das ist dann ja auch Wärmestrahlung. Wenn die verdampfen, dann haben wir einen Zuwachs an Entropie gehabt. Zwischendurch mal kurz nicht. Wie misst man halt die Temperatur? Aber okay, ich weiß, ich bin mir, ich habe noch nicht gelesen, dass jemand schon mal die Temperatur eines schwarzen Lochs gemessen hat. Aber eigentlich müsste das möglich sein. Danke. Danke auch von mir. Kannst du noch mal sagen, was es mit diesen Jets auf sich hat? Mit den was? Mit diesen Jets? Mit diesen Jets, ja, oh ja, oh, das ist kompliziert ein bisschen. Also, da bin ich auch nicht so hundert, du merkst schon, da bin ich auf Glatteis. Also, soweit ich das verstanden habe, wenn jetzt Materie in dieser Akkretionsscheibe um schwarze Löcher kreiselt und dann langsam oder je nachdem, wie schnell es kreiselt, auch schneller, im Innenbereich da sozusagen an dieser Ereignis-Horizont-Grenze kratzt und dann da rein saust, dann, wir haben das ja, das ist ja stark rotierend, so, und diese Teilchen haben Ladung, ja, und wenn Elektronen, jetzt mal kurz zusammengefasst, oder, also, wenn die kreiseln und rotieren, ja, wir fühlen uns direkt an einen Dynamo erinnert, ja, dann entsteht da Strom, ja, das ist also elektrodynamisch ein sehr, sehr, sehr aktiver Prozess, aber wie gesagt, da bin ich auf haucht in einem Glatteis, ja, ist ein elektrodynamisch aus meiner Sicht sehr aktiver Prozess und dann nach der rechten Handregel, ja, also, wenn der so rumkreist, macht das halt hier, ne, elektromagnetische Strahlung oder in dem Fall, ja. Das sind aber Teilchen, die abgestoßen werden, die bei diesem Prozess entstehen, oder sind das Teilchen, die aus dem schwarzen Loch herauskommen? Nein, die kommen nicht aus dem, das können sie nicht. Okay. Die kommen nicht aus dem schwarzen Loch. Verstehe ich das richtig, dass es kein Materiestaubsauger ist, so ein schwarzes Loch, weil von außen beobachtet, dass Reinfallen unendlich langsam wäre? Nein. Nein. Ich mache nochmal das Beispiel mit unserer Sonne. Unsere Sonne hat eine Masse, nämlich eine Sonnenmasse, ja, es wird immer so, wir reden ja, die Astronomen reden in Sonnenmassen, so, also unsere Sonne hat eine Sonnenmasse und die führt dazu, dass die Erde in einem Radius, den sie hat, um diese Sonne drum herum kreist. Wenn diese Sonne jetzt aus nicht existierenden, aber hypothetisch können wir es ja mal annehmen, irgendwelchen Prozessen zu einem schwarzen Loch würde, würde diese Masse nur auf einen sehr kleinen Raum gepresst, also kleiner als drei Kilometer und damit würde unsere Sonne im schwarzen Loch verschwinden und damit würde uns das Licht von ihr auch nicht mehr erreichen. Die Masse und damit die gravitative Wirkung auf uns wäre aber noch die Glau die gleiche. Das heißt, unsere Erde würde immer noch stur in 365 Tagen jetzt halt um ein schwarzes Loch kreisen. Das schwarze Loch saugt jetzt nicht plötzlich die Erde an, nur weil es zu einem schwarzen Loch geworden ist. Die Masse hat sich nicht verändert. Die gravitativen Prozesse sind noch genau dieselben. Jetzt ist schon klar, dass supermassive schwarze Löcher von diesem zum Beispiel Extremfall von rund 20 Milliarden Sonnenmassen echt krasse Energie haben, also krasse Gravitation und deswegen auch eine gravitativ sehr starke Wirkung auf andere Objekte. Also das sieht man schon auch, wie so ganze Galaxien jetzt um so schwarze Löcher kreisen, aber die kreisen da auch schon sehr lange und sehr stabil. Ja, sonst gäbe es uns gar nicht, wenn das nicht so wäre. Das heißt, nein, dieses schwarze Loch saugt jetzt nicht alle Sterne aus unserer Galaxie an, ja, sondern eben nur die, die das dumme Pech haben, irgendwie durch irgendwas gebremst zu werden. Ja, es wird ja auch durch Abgabe von Gravitationswellen langsamer und so weiter. Also Dinge, die da sehr nah dran sind und jetzt zum Beispiel in so Gaswolken um dieses schwarze Loch sozusagen gebremst werden in ihrer Bewegung, also quasi Reibung erfahren und dadurch langsamer werden, die Spiralen dann halt irgendwann rennen in dieses schwarze Loch. Das ist aber dann doof gelaufen, wenn man auch so in der Nähe von so einem schwarzen Loch rumhängt, dann ist das halt auch gefährlich. Das stimmt schon, aber nein, das ist kein Staubsauger, das ist kein Materie-Staubsauger, der alles ansaugt, nur weil es ein schwarzes Loch ist. Könntest du noch mal auf das Informationserhaltungsgesetz eingehen, weil ich frage mich, inwiefern das gelöst sein kann durch die Hawking-Strahlung, wenn die Informationen, die reingehen sozusagen nicht wirklich berücksichtigt werden? Na, wie ich vorhin schon versuchte anzudeuten, gibt es da zwei Effekte. Erstens, das schwarze Loch kann sich wieder auflösen. Zweitens, die Information überschreitet laut dieser Idee, Theorie, besser kann man es jetzt nicht darstellen, ja auch nie wirklich den Ereignishorizont. Was wir also von außen entfernt sehen, ist, dass dieses Objekt sich langsam und immer langsamer und immer langsamer und immer noch langsamer diesem Ereignishorizont nähert, dabei immer rot verschobener wird, weil die Zeit immer langsamer vergeht, aus unserer Wahrnehmung und dann genau auf dem Ereignishorizont stehen bleibt. Deswegen sprach man früher auch von eingefrorenen Sternen. Das heißt, aus unserer Sicht wird Information niemals den Ereignishorizont durchschreiten. Und in Summe löst sich das ganze Ding ja auch irgendwann wieder auf und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber ja, das mit dem Informationserhaltungssatz ist tatsächlich ja auch Gegenstand von jeder Menge Forschung in diesem Bereich. Das sind halt Widersprüche der Quantentheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie, die sich eben leider ohne eine Quantengravitationstheorie heute nicht ohne weiteres auflösen lassen. Das ist, ja, das sind Widersprüche. Das ist nicht konsistent, aber vielleicht haben wir ja ganz am Anfang, deswegen sagte ich das ja auch gelernt, vielleicht ist unser Universum gar nicht konsistent. Aber das ist keine Wissenschaft, das ist reine Philosophie. Sie hatten angesprochen, dass Hawking, Stephen Hawking, hallo, auf die Theorie gekommen ist, dass schwarze Löcher kleiner werden, wenn Materie nicht reinfällt, über die Beschaffenheit der virtuellen Teilchen. Könnten Sie da noch mal den Zusammenhang herstellen? Ja, es ist vielleicht ein bisschen komplex für die kurze Darstellung, die ich versucht habe. Im leeren Raum, oder halt nicht nur im leeren, sondern überall entstehen ständig virtuelle Teilchen und vergehen wieder nach der Quantenchromodynamik. Also nach den Gesetzen der Quantenphysik können spontan Teilchen entstehen und wieder vergehen, wenn sie das nur rechtzeitig tun. Ja, wenn die Summe am Ende wieder null ist, also der Meeresspiegel wieder glatt ist, ist alles gut, dann ist so eine Welle aus Teilchen positiver und Teilchen negativer Energie okay. Also Teilchen, Antiteilchen zusammen ist wieder weg, ist alles wieder gut. Dann dürfen die entstehen, nur wenn die jetzt so entstehen, dass das eine der beiden Teilchen im Inneren des schwarzen Loches, also jenseits des Ereignishorizonts, entsteht, also genau an der Kante. Und das andere, es ist in Wirklichkeit viel komplizierter, ja, also da geht es um die Kerlösung und Rotierende und dann sind so Metriken und dann sieht man so Vektoren, das ist alles irre, aber damit kann ich euch, da verliere ich euch sofort, da brauche ich eine Folie an die Wand schmeißen, dann geht ihr alle nach Hause. Denken so, was soll ich jetzt damit? Also bleiben, lassen wir es bei der einfachen Anschauung. Eines dieser virtuellen Teilchen ist versehentlich drinnen, das andere ist versehentlich draußen, die finden sich nicht mehr, die können sich nicht wieder gegenseitig auslöschen. Da aber das, das drinnen ist, negative Energie hat, weil nur mit negativer und positiver Energie wird es ja wieder zu Null, da das drinnen und das draußen kann halt keine negative Energie haben, sonst wäre es kein reales Teilchen, ja, wenn also das drinnen negative Energie haben wollen würde, ja, dann könnte man es so betrachten, durch das Umdrehen der Vorzeichen, als wäre es ein Teilchen positiver Energie, das aber rückwärts in der Zeit reißt, ja, und wenn also vorwärts in der Zeit negatives Energieteilchen rein ins schwarze Loch ist, dann ist rückwärts in der Zeit positives Energieteilchen raus aus dem schwarzen Loch. Das bedeutet, dass diese virtuellen Teilchen, die in diesem Moment entstehen, eben quasi mathematischer Trick auf eine Art rückwärts in der Zeit doch wieder rauskommen können aus dem schwarzen Loch. In Wirklichkeit waren sie dann halt so vielleicht nie drin, aber das ist halt auch schon wieder ganz schwierig. Das ist reine Mathematik. Das ist jetzt der total gestolperte Versuch, reine Mathematik eines genialen Physikers irgendwie in Worte zu fassen. Sieh mir das nach, aber die Quintessenz ist das also sozusagen dadurch, dass ein, stell dir das so vor, stell dir das vor wie ein Loch im Käse. Ein Loch im Käse ist ein ballförmiges Etwas. Es ist nämlich das ballförmige Fehlen von Käse im Käse. So kannst du dir ein Teilchen mit negativer Energie vorstellen. Das Fehlen von, das quasi teilchenförmige Fehlen von Teilchen, das jetzt ins schwarze Loch hineingegangen ist. Und dadurch wird das schwarze Loch ein bisschen kleiner. Das ist so wie der Raum. Da sind zwei Leute drin und drei kommen raus. Jetzt hast du einen negativen Menschen in dem Raum. Wenn jetzt ein Mensch wieder reingeht, ist der Raum wieder leer. So ungefähr. Ich weiß, es klingt bescheuert. Beschreib das mal. Da kommt so eine Frage. Beschreib mal negative Energie und diesen Prozess der Umkehrung der Zeit in diesem Ja. Also da geht jetzt sozusagen das inverse nichts von einem Teilchen in das Loch hinein und klaut dadurch dem Teilchen ein Stück Größe. Energie. Ja. War das irgendwie okay? Was mich daran verwirrt hat, war, dass nichts aus dem schwarzen Loch herauskommen kann. Ja. Dementsprechend kann man ja eigentlich dann nicht annehmen, dass das schwarze Loch kleiner wird, wenn nichts reingeht. Ich stimme dir im Prinzip zu, auf eine Art, nur rein mathematisch und das ist ja wie gesagt eine der großen Leistungen von Stephen Hawking, geht es dann eben halt doch, wenn man akzeptiert, dass sich in dem Moment halt die Zeit umdrehen lässt, mathematisch gesehen. Das ist komplizierter erklärt. Wir können uns gerne diese Formeln anschauen und uns überlegen, was da wirklich passiert. Das kriege ich jetzt nur anschaulich beim besten Willen nicht dargestellt. Also da an dieser Stelle ist die Sprache, die Mathematik und die habe ich auch nur zum Teil so ganz oberflächlich verstanden, aber ich finde es faszinierend genug, um es hier zu erzählen, weil es so, das ist schön, ich verblüff euch ja auch ganz gerne, also davon zu reden, dass also ein negatives Teilchen das vorwärts in der Zeit entsteht, bis zum nächsten Mal. Ich höre nichts. Ah, jetzt. Ja, die Batterie ist alle, ne? So viel zum Energieerhaltungssitz. So, ne, also ja, es ist halt schön, es klingt schön absurd zu sagen, naja, ein Teilchen negativer Energie, das in der Zeit vorwärts ins Schwarze Loch fällt, ist mathematisch gesehen genauso gut wie ein Teilchen positiver Energie, das rückwärts in der Zeit nach draußen kommt. So, das ist aber jetzt nur, wirklich nur der Anschauung wegen und nichts, womit du jetzt an der Uni irgendeinen Punkt machst, wenn du das in deine Klausur schreibst. Da musst du dann schon die Mathematik herbeten, aber ganz ehrlich, das kann ich auch nicht. So, so, ja, ja bitte, gibt es ein Mikro, weil das war ja irgendwie ganz praktisch. Nee, 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 ja doch. Aber warum fallen jetzt nur die negativen Teilchen rein? Es könnten ja auch ein Teilchen reinfallen und die negativen... Das ist total geile Frage, das habe ich mich auch schon gefragt. Das habe ich mich auch schon gefragt und das sind dann auch, ihr müsst euch vorstellen, wie ich versuche an diese Info... Ich bin ja vielleicht auch nochmal, hätte ich vielleicht am Anfang sagen, ich bin kein Physiker, ne? Ich bin einfach nur interessierter Laie. Es interessiert mich halt und ich glaube aber, dass wenn es anderen Laien von jemandem erklärt wird, der sich selber als Laie sieht, ist es vielleicht für die besser verständlich. Ich versuche trotzdem, so sorgfältig wie möglich zu sein und alle gestandenen Physiker, ja, wenn ich jetzt hier irgendeinen Scheiß erzählt habe, dann redet mit mir, ich erkläre es das nächste Mal gerne besser und lerne wirklich wahnsinnig gerne dazu. Ich habe aber auch schon häufig erlebt, dass Physiker dann fundierte Kritik an meinen Vorträgen geäußert haben, um dann festzustellen, dass sie auf dem Holzweg waren und dann auch noch was dazugelernt haben. Also es ist ein reger Austausch und ich tausche mich über genau solche Fragen auf Wissenschaftler-Blogs aus und stelle dann diese Fragen und muss fast jedes einzelne Mal, das ist so eine dieser Fragen, feststellen, ja, das wissen die auch nicht. Ja, also das ist halt die meisten zumindest nicht und da gibt es ein paar Korrifäen, die wissen das, aber für die ist es so, oh ja, das muss ich jetzt nicht irgend so einem Typik erklären, ja. Also das ist schon, das ist schon so, wo ich sagen würde, okay, es gibt Leute, die verstehen das vielleicht, ja, aber mit denen ist schwer zu diskutieren, wenn man nicht die gleiche Mathematiksprache spricht wie sie so ungefähr, ja. Aber ja, tatsächlich, genau das habe ich mich auch schon gefragt. Genauso eine gute Frage ist, wie kann ein schwarzes Loch jemals größer werden, wenn da nie was reinfällt, weil man es ja immer nur sieht, wie es auf dem Erzeugnis der Horizonten stehen bleibt. Also was ich vorhin erzählt habe, ja, dass dieses schwarze Loch im Inneren des Sterns entsteht und dann die Teilchen auffrisst und dadurch größer wird, ja, das ist ja erstmal eine wüste Behauptung. Und die Frage habe ich ja durchaus auch gestellt und das ist ja genau auch der Gegenstand, mit dem sich Leonhard Ziskant gerade beschäftigt, nämlich, wie soll denn ein schwarzes Loch bitte wachsen, wenn ich von außen betrachtet nie sehe, wie was reinfällt, ja. So, und ist die Gravitation, ist die Materie denn drin, auch so eine genauso berechtigte Frage, ja, wir kommen mal alles zu den Dingen, die ich nicht weiß, weil wir schon dabei sind, ja. Ja, genau so eine berechtigte Frage ist, wir haben ja gelernt, Einstein, Gravitationswellen, auch Gravitationswellen bewegen sich nur, in Anführungszeichen, mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, wenn Gravitation jetzt also eine Größe ist, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, wie kommt denn hier aus dem Inneren des schwarzen Lochs nach draußen, ja, wie kann denn sein, dass die Masse im Inneren des schwarzen Loches auf die Materie im Äußeren wirkt, ja. Die Antwort darauf ist relativ schnell und banal gegeben, naja, die Raumkrümmung, die wird ja mal stärker bis an die Grenze des schwarzen Lochs und drin interessiert uns nicht. Ja, das können wir eh keine Aussage machen, das heißt, wir haben diesen Raumkrümmungskegel, das ist auch total bescheuert, ja. Wenn du, egal welche Bilder du siehst, du siehst Darstellungen von Gravitation immer als Kugel, Erde vorzugsweise oder Sonne auf einer Gummifläche, der die Sonne verbiegt, dann so diese Gummituch nach unten und dann entsteht so ein Trichter, ja. Da kriege ich jedes Mal, rege ich mich tierisch drüber auf, weil jetzt wird Gravitation mit Verlaub, mit Gravitation beschrieben, ja, weil, äh, 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 ja, das Gewicht der Sonne drückt ja nun diese Gummifläche nach unten wegen irgendeiner Gravitation oder was. Also was zieht denn jetzt bitteschön die Sonne an, dass sie jetzt eine Delle in dieses Gummituch macht, das ist ja totaler Quatsch. Das müsst ihr euch auch so nicht vorstellen, ja. Stellt euch Gravitation, also diese Raumkrümmung lieber vor wie, sagen wir mal, so eine Heizplatte, ja. Zum Beispiel so eine, oder, ja, stellt euch das vor wie, äh, außen, außen ist es, äh, 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 nicht so dicht und nach innen wird, also als würde die Gravitation auch den Raum, die Raumzeit, anziehen und hin zur Materie immer weiter verdichten, ja. Also der Raum ist ja dreidimensional verbogen und er ist halt näher an der Materie quasi dichter als draußen, also mit Wärme kann man es ganz gut beschreiben, ja. Du hast, ähm, äh, 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 draußen kalt, drin, warm, also in Wirklichkeit wäre es jetzt andersrum, aber das ist irgendwie untypisch, ja, und du hast es draußen kalt, drin, warm, hier hast du eine Herdplatte, die nach außen kälter wird, ja, müsst ihr euch nur umgekehrt vorstellen, also draußen warm, drinnen kalt, egal, ist ja dasselbe und dann siehst du, wenn du näher kommst, dass, äh, wenn es drinnen kälter wird, äh, schrumpfen die Dinge und werden also immer kleiner, ja. Und nach draußen wird es wärmer und dann werden sie immer größer, weil die dehnen sich aus. So kann man sich das ganz gut vorstellen und dann dehnt sich aber nicht nur mein Körper, sondern auch der Zollstock aus, das heißt, mein Meter ist immer ein Meter, bin immer noch 1,78, aber jemand, der von draußen guckt und mich drinnen sieht, wo es kalt ist, der sieht, der ist doch geschrumpft mit meinem Zollstock, gemessen von hier aus gesehen, ist der doch gestrumpft, da wo es drinnen kälter ist als draußen, ja. Also, das ist das mit dieser Raumkrümmung, das ist total irgendwie komisch, ja. Raumkrümmung ist eher wie so ein Gummiband, das, äh, unterschiedlich elastisch ist, ja. Stellt euch ein Gummiband vor, das ist auf der einen Seite ganz fest, auf der anderen Seite ganz elastisch, da malt ihr drei Striche drauf, jetzt zieht ihr dran, dann entfernen die sich unterschiedlich schnell voneinander, ja. So kann man sich Raumkrümmung so ein bisschen vorstellen, ist ein bisschen schwierig, weil dreidimensional und schnell Knoten im Hirn und so, ja, aber, ähm, so, was war eigentlich die Frage, ich habe ich da vergessen. Okay. Ja, ja. Ja, haben wir noch? War das nicht, okay. Okay, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass ein schwarzes Loch eigentlich quasi unendlich klein ist, also bis auf diese Plancklänge, oder hat das halt eine Größe, oder wie ist das? Also, die Frage ist, was... Also, mal abgesehen von dieser Raumkrümmung, die das sowieso einnimmt durch das Gewicht, hat das eine Größe, oder ist das einfach nur sehr klein? Das ist die Frage, was jetzt genau wir als das schwarze Loch bezeichnen, wenn du die Materie meinst, die vorher der Stern war, die jetzt also immer weiter komprimiert, immer kleiner wurde, dann, äh, ich formuliere mal so, kennen wir keine Kraft im Universum, keine in unserer Physik heute bekannten Kraft, die verhindern würde, dass all diese Materie und Energie punktförmig zusammenschrumpft. Und punktförmig heißt, unendlich klein. Ja, allen Physikern ist bewusst, dass unendlich klein in der Physik eine ganz doofe Sache ist. Ja, und deswegen mag das auch niemand so wirklich gern leiden, unendlich klein. Aber wir haben keine Physik, die uns das besser beschreibt, außer, dass wir sagen können, naja, wenn es kleiner wird als Plancklänge, und das wird es wohl, weil größer als Plancklänge haben wir Physik, die es beschreiben würde, und die beschreibt es aber nicht. Ja, also, nichts verhindert, dass diese Materie kleiner zusammenschrumpft als Plancklänge, und dann verlässt sie unsere Physik, also mehr können wir nicht sagen. Also, der, äh, 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 sorgsame Physiker wird sagen, ja, wissen wir nicht. Okay, aber dann wäre es ja ganz spannend, weil du vor uns die Frage gestellt hattest, warum da nichts in das schwarze Loch hineinfällt. Ähm, äh, wenn ich jetzt halt so ein schwarzes Loch habe, und dann komme ich an als Neutrino, bin schon ganz klein, aber ich bin ja nicht klein genug, um durch dieses Loch zu fallen, deswegen kommt da halt nichts zuzu, oder? Nein, da hast du, glaube ich, was falsch verstanden. Nee, okay. Okay, also, wir haben ganz viel Materie, Materie schrumpft, wenn sie kleiner wird als ihr Schwarzschildradius, und, äh, jetzt natürlich eigentlich in der Kerlösung, weil es rotiert ja, aber das nur im Detail, wenn sie also kleiner wird als der Schwarzschildradius, verschwindet die Materie aus unserem Raum, und ich sehe nur noch, ja, Schwärze, ja, mit gravitativer Wirkung, ja, und einer Rotation und einer Ladung, und wahrscheinlich auch in der Temperatur, so, und, äh, im Inneren ist diese Materie jetzt geschrumpft und weiter geschrumpft, also, das ist ja jetzt ein kugelförmiges Abhandengekommensein von Sternen im Raum, ja, und aus dem Inneren dieses Bereiches, von dem man jetzt nicht so gut reden kann, weil die Raumzeit so stark gekrümmt ist, dass sie eben, es ist ja kein homogener Raum mehr, es ist nicht kein gleichförmiger Raum mehr, es ist ein stark, ultra stark gekrümmter Raum, ja, im Inneren dieses Ereignishorizontes passieren also vielleicht Dinge, von denen wir gar nichts wissen, gar nichts, null, aber, wenn etwas, und das Ding hat ja, dieser Schwarzschildradius hat ja eine Größe, habe ich erzählt, so drei Kilometer, äh, für die Sonne, zum Beispiel, oder neun Millimeter für die Erde, also, wenn ich die Erde auf so klein, dann habe ich ein schwarzes Loch von neun Millimeter Größe, ja, wenn da was reinplupscht, ist es weg, ja, also stell dir jetzt hier so ein, hier so neun Millimeter, das ist die Erde, ja, in Form eines schwarzen Lochs, dann siehst du jetzt hier, egal von welcher Seite du guckst, siehst du ein neun Millimeter, kleiner, kleines, schwarzes, nichts, ja, das aber eine wirklich krass gravitative Wirkung hat, also, ich könnte mich da so rufstellen, ja, wenn du so willst, wenn ich dann nicht, äh, ne, reingeschwupst würde, so, also, weil die Gravitation ist dann immer noch auf der, das ist dann immer noch, obwohl ich bin näher dran, das heißt, sie ist größer, aber die Masse hat immer noch die gleiche, ist immer noch die gleiche Masse wie die Erde, ja, also, wenn ich jetzt weit genug davon weg wäre, wäre es immer noch genau ein G, ja, also, nein, ich könnte mich nicht raufstellen, weil ich bin sehr nah dran und die ganze Masse ist da dran, das heißt, die Gravitation wäre auch schon in der Nähe sehr groß, zugegeben, ja, aber die Masse ist nicht größer geworden und die gravitative Wirkung dadurch auch nicht, ich bin nur näher dran in dem Fall, ja, aber das ist ein, ein kugelförmiges Nichts, ja, und wenn das kugelförmige Nichts groß genug ist und so viel Gravitation, äh, äh, hat, dass es sozusagen, also, wenn, wenn wir ein hinreichend großes schwarzes Loch hat, dann können wir auch sehen, wie Licht darum gebeugt wird, ja, und das ist auch eine Hoffnung, die man hat, dass man schwarze Löcher daran erkennt, dass man ihre linsenartige Wirkung mal feststellen wird können mit Teleskopen, wo man sieht, dass sich zum Beispiel diese Einstein-Ringe, zum Beispiel, um ein, also Einstein-Ringe ist so ein Ding, dass, ähm, eine große Masse wie eine Gravitationslinse wirkt und Objekte hinter dieser Gravitation wie eine Linse wieder bündeln und dann so ringförmig verzerren, das ist ein sogenannter Einstein-Ring, ja, das kann man beobachten für Galaxien, wenn man eine Galaxie hinter einer Galaxie sieht, dann sieht man die manchmal ringförmig verzarrt und das hat übrigens auch eine wahnsinnig gute, vergrößernde Wirkung, das ist ja wie eine fette Linse, also eine Galaxie ist eine hervorragende Linse übrigens, wenn sie denn zufällig genau am richtigen Ort platziert ist, da es aber wirklich abartig viele Galaxien gibt, ja, also, was weiß ich, Größenordnung 200 Milliarden Galaxien, schätzen wir, gibt es in unserem beobachten Universum, 200, 300 Milliarden, irgendwas in dieser Größenordnung gibt es in unserem beobachtbaren Universum, das heißt, man muss einfach nur lange genug suchen, dann findet man welche, die genau hinter welchen sind, die dann eben so eine Linsenwirkung haben und damit ist es jetzt tatsächlich, ich glaube, letzte Woche wurde das Paper veröffentlicht, dass eine solche gravitative Linse dazu verwendet werden konnte, um einen Planeten, der um eine Sonne in einer anderen Galaxie hinter einer solchen Galaxie kreist, feststellen zu können, das heißt, der erste extra Milchstraßenplanet wurde gerade entdeckt, in einer fremden Galaxie, die beobachtet werden konnte durch diesen Linseneffekt, so und auch so ein schwarzes Loch hat so einen Linseneffekt, ja, das heißt, wir würden hier eine Lichtverzerrung rund um dieses schwarze Loch erkennen, ja, das ist auch der Grund, warum diese komischen, wenn ihr Akkretionsscheiben rund um schwarze Löcher dargestellt seht, in künstlerischen oder wissenschaftlichen Darstellungen, dann seht ihr hier mal so einen schwarzen Böbel und davor seht ihr so eine Scheibe und dann macht die Scheibe irgendwie so, ja, die sieht so aus, als wäre die so im rechten Winkel geknickt und dann fragt man sich, hä, warum? Ja, das ist die mathematisch korrekte Darstellung, weil das Licht von dem Teil hinten, hinter dem schwarzen Loch, wird um das schwarze Loch drum rum gebeugt, deswegen sieht es so aus, als wäre es da drüber, ja, deswegen sieht es dann so aus, ja, durch diese Raumkrümmung, äh, 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 um das schwarze Loch, tatsächlich. Ihr werdet nicht müde, ne, aber ich bin gleich betrunken und erzähle bestimmt nur noch Unsinn. Okay, zwei Fragen machen wir noch und dann... Ähm, zu der Mathematik mit der Plancklänge. Ja. Es scheint mir jetzt irgendwie unbefriedigend, dass da die Mathematik aufhört. Gab es jemals Versuche, das irgendwie zu korrigieren, eine Mathematik zu erfinden? Oh ja, das ist der, wie ich schon sagte, der heilige Gral der Physik. Wenn du das schaffst, dann kriegst du wahrscheinlich nicht nur den Nobelpreis, dann bist du der absolut coolste Physik-Dude, den es gibt. Ja, dann hast du nämlich Relativitätstheorie und Quantenphysik vereint. Grandios. Dann, dann ist richtig geil, das versuchen die Stringtheoretiker mit Wüstenüberlegungen, die, ich war lange, muss ich tatsächlich gestehen, ein erklärter Feind der Stringtheorie, weil da, das ist jetzt völlig krasser Exkurs, wir kommen schon wieder völlig vom Weg ab, aber eine der, nur um euch noch einen mitzuschicken für heute Nacht zum drüber nachdenken, eine der Grundlagen der Stringtheorie basiert darauf, dass die Summe aller ganzen Zahlen von 1 bis unendlich, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus und so weiter bis unendlich ist gleich minus ein Zwölftel. So, und darauf basiert ein Teil der Mathematik der Stringtheorie und ich stand dann immer da, wollt ihr mich total verarschen? Äh? 1 plus 2 plus 3, das wird ja immer größer. Und wenn ich dann noch was dazu zähle, dann wird es ja noch größer. Und wenn ich da was dazu, dann wird es noch größer und noch größer. Wie kann denn das, bitteschön, minus ein Zwölftel sein? Und, ähm, was soll ich sagen? Irgendwann habe ich mit Mathematikern gesprochen, die die Muße hatten zu versuchen, mir das zu erklären. Dann habe ich noch ein Video dazu gesehen und irgendwann machte das so Klick und ich so, fuck, das ist ja geil. So, also ich bin geneigt anzunehmen, dass in bestimmten Fällen, die auf die Stringtheorie tatsächlich passen, diese Annahme 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter bis plus unendlich wirklich minus ein Zwölftel ist. Und die Erklärung dafür ist so grandios, ich kann euch nur empfehlen, sucht danach. Versucht sie. Die CETA-Funktion ist euer Freund, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Grandios. Und was das mit Primzahlen zu tun hat, dann flippt ihr völlig aus. Also ganz grandios, ist aber ein komplett eigener Vortrag, machen wir heute Abend ganz bestimmt nicht mehr. Okay, eine Frage noch. Okay, äh, dann mache ich. Bitte. Ähm, gibt es eine sinnvolle, also ich habe einen Vortrag gemacht zu, äh, allgemeiner Relativitätstheorie war das dann, glaube ich, äh, mit der Raumbeugung. Ähm, ähm, und ich habe das auch nicht ganz verstanden und habe mir auch gedacht, beziehungsweise jetzt hast du mir jetzt auch bestätigt, dass, äh, das Raumverdichtung sein müsste. Äh, gibt es eine Erklärung, wo das Sinn ergibt, dass man das Raumbeugung nennt? Ja, also, äh, diese Raumkrümmung, ähm, du versuchst ja zu vereinfachen in deinen Bildern und du vereinfachst jetzt, indem du diese Raumkrümmung, die dreidimensionale Raumkrümmung, jetzt mal erst mal vereinfachst, das heißt, du guckst dir mal den zweidimensionalen Raum, also die Fläche an und versuchst mal darzustellen, diese Krümmung, indem du die dritte Dimension benutzt. Ich halte das für fahrlässig. Das ist anschaulich für Schülerinnen und Schüler an der Schule, aber das verbaut denen auch für später so ein bisschen den Zugang, wenn sie sich wirklich damit beschäftigen wollen, weil so ist es halt nicht. So, das ist immer so ein bisschen ein Trade-off, was, äh, was akzeptiere ich als bildhafte Vereinfachung, ja, ähm, aber das Bild ist jetzt nicht völlig falsch, wenn du einen dreidimensionalen Raum betrachtest und den halt als in sich gekrümmt beschreibst, ja, der krümmt sich ja nicht in Wirklichkeit in eine vierte Dimension, oder wenn du die vierdimensionale Raumzeit betrachtest, die krümmt sich ja nicht wirklich in eine fünfte Dimension, so wie man das vorstellen könnte, dass die zwei Dimensionen sich in die dritte krümmen, sondern die sind sozusagen in sich gestaucht, deswegen finde ich eigentlich dieses Bild von stürzenden Linien, die jetzt auf eine Masse hinzu, also Vektoren, ja, ein großes, unendlich großes Vektorfeld, wo du Kräfte beschreibst, ja, dumm, 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 und je näher du kommst, umso länger werden die Pfeile, das heißt, umso mehr, also umso dichter quasi, wenn du so willst, wird der Raum, ja, die Pfeile zeigen von allen Richtungen auf dieses Objekt, diese Masse, ja, und je weiter sie weg sind, umso kürzer sind sie halt, also umso weniger Kraft wirkt da, ja, also Kraft wirkt ja in Wirklichkeit nicht, ja, also die, die, die Gravitation ist ja nur in der Newton'schen Betrachtung eine Kraft, ja, in der Einstein'schen Betrachtung ist Gravitation keine Kraft, da wirkt keine Kraft. Wenn ich auf die Erde zufalle, im freien Fall, dann wirkt auf mich keine Kraft, ja, weil eine Kraft zum Beispiel eine Beschleunigung, das heißt ja immer Erdbeschleunigung, ist ja Quatsch, ja, die Erde beschleunigt mich ja nicht. Wenn ich auf die Erde zufalle, dann messe ich keine Kraft. Kräfte kann ich, aber Beschleunigung kann ich messen. Damit sehe ich, okay, also Gravitation, also die Erdbeschleunigung, das, was mich auf die Erde zufallen lässt, ist in wirklich keine Kraft, aber wenn ich mich hier auf der Erde auf eine Waage stelle, dann messe ich eine Kraft und zwar eine Beschleunigung und zwar nicht etwa der Gravitationskraft auf mich, sondern das ist ja die Kraft, die die Elektronen im Fußboden auf meine Füße abstoßend wirken, der Gravitation entgegen. Die Gravitation selbst, also würde ich sozusagen dem freien Fall weiter folgen, wäre ich ja weiter kräftefrei und unbeschleunigt. Das kann ich nicht, weil die Elektronen des Fußbodens die Elektronen in meinem Fuß abstoßen und deswegen stehe ich hier und deswegen beschleunigen die mich und zwar weg von der Erde und zwar mit 1G. Und weil das aber dieser Raumzeitkrümmung entgegenwirkt, bleibe ich genau an der Stelle, wo ich gerade bin. Das aber auch nur lokal an dieser Stelle, das wird kompliziert. Dann kannst du dir nochmal vom letzten Jahr meinen Vortrag anschauen, da habe ich das versucht, ein bisschen anschaulicher, das machen wir heute Abend nicht auch nochmal. So und damit danke ich euch, dass ihr da wart, es hat mir ganz toll viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.